Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPBW. Die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast. Mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Ja, schönen guten Tag. Sebastian Göttling hier. Bin ich da verbunden mit dem Simon Fistrich? Guten Tag aus Frangen. Hier ist der Simon Fistrich. Wir wollen jetzt ein wenig fei über Star Trek reden heute. Ja, finde ich gut. Freue ich mich drauf. Finde ich sehr gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du eingeschaltet hast, Simon, für eine neue Runde. Trek am Dienstag. Wir haben heute eine neue Folge, aber auch eine letzte Mission. Ja, ich schließe mich diesen warmen Worten deinerseits an. Sage auch ein jetzt vernünftig mal. Das heißt nicht, dass Franken nicht vernünftig wären. Um Gottes Willen. Ich meine, Frängisch war jetzt auch eher schlecht tatsächlich. Ja, also für die vielen Jahre, die ich hier schon wohne. Ich glaube, hier am Watschenbaum habe ich jetzt ordentlich gerüttelt. Aber, ja, jetzt wieder ganz normal, Simon. Hallo. Hallo, Sebastian. Schön, dass du da bist. Hi. Gieß dir wieder einen ein, habe ich gesehen. Alkoholfreies Bier. Alkoholfreies Bier. Sehr gut. Ich bin auch heute im Wassermodus. Ich trinke die gute Bonaris-Quelle von Basinius. Simon, wie ist es dir denn so? Außer, dass du im Wassermodus bist. Ach, Sebastian, alles gut. Ja. Es ist tatsächlich nicht viel passiert, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich habe gerade so ein bisschen, das muss ich jetzt erzählen. Ja. Sebastian, ich muss es jetzt nochmal thematisieren. Oh. Ich bin ja umgezogen. Ich bin ja umgezogen. Und ja, auch für mich ist das schon eine ganze Weile her. Zieh es bald schon wieder um. Nee, nee, nee. Ich habe ein Elektriker-Problem tatsächlich, Sebastian. Ich habe ein Elektriker-Problem. Wir haben hier in der Wohnung ganz, ganz viele Lampen. Also es sind wirklich echt viele Lampen. Hätte ich das, habe ich auch vorher überhaupt nicht so realisiert, wie viele fucking Lampen es hier gibt. So Wandlampen und Deckenlampen und was weiß ich alles. Und ich bin tatsächlich jetzt irgendwie drei Monate dabei, diese Lampen. Mithilfe eines Elektrikers anzubringen, ja. Und ständig platzen die Termine. Wegen Dingen, wo beide nichts für können. Also weder ich noch der entsprechende Elektriker, der das macht. Da geht mein Auto kaputt oder es kommt da mal was dazwischen und da mal was dazwischen. Und ich habe hier hinter mir, ihr könnt das ja nicht sehen, aber der Sebastian sieht das, kommt direkt hinter mir ein Kabel aus der Wand. Und ich wünschte mir einfach, dieses Kabel würde dann nicht mehr aus der Wand kommen. Stattdessen sollte da eine Lampe hängen. Oder zumindest Kasten. Ich glaube, ich hole mir demnächst mal die Gartenschere, drehe vor die Sicherung raus, ja. Dann drehe ich die Sicherung raus, dann kannst du mal einen drauf lassen. Und dann schneide ich das Kabel ab. Und das sind einfach so diese richtig schönen First World Problems. Deswegen sage ich einfach, mir geht es gut. Wunderbar. Ich freue mich. Letztes Mal habe ich ja noch geungt. War das letztes Mal? Nee, der Worf hat letztes Mal geungt. Du warst gut drauf. Der hat richtig ordentlich geungt. Letztes Mal habe ich ja noch über die US-Wahlen, habe ich mich gegrämt. Hier, glaube ich. Das war ja schon. Ich hoffe, ich hoffe, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dieser Zirkus wirklich mal vorbei ist. Da drüben in Amerika. Da schaue ich mir Sorge gerade drauf. Ja, mit so einer Mischung aus Erleichterung und Sorge, was da wieder passiert aktuell. Ja. Also hat sich nicht viel getan, wie gesagt. Doch, hat sich schon was getan. Also es wird dann schon mal festgestellt und auch festgehalten, dass Joe Biden gewonnen hat. Ja. Mhm. Das ist das eine. Jetzt setzt sich Simon so eine 90s Sonnenbrille auf. Wurde unfassbar. Oder so Wild Wild West mäßig. Hat da nicht auch irgendeiner so eine Sonnenbrille auf? Ja, das Coole an dieser Brille ist, die kannst du auch voll krass hier kaputt machen. Was? Oh, das ist ja ein Zaubertrick. Das ist eine Atari-Brille. Oh. Nee, also der hat ja jetzt mal, glaube ich, gewonnen, der Joe Biden. Was sich in der letzten Woche Interessantes getan hat, finde ich ja, ist, und da wollte ich mir eigentlich einen schönen Hintergrund heute für Skype, finde ich, nur besorgen. Habe ich aber nicht mehr rechtzeitig geschafft. Von Four Seasons Landscaping, wenn er wieder da heißt. Ich sage dir nur eins, du wärst nicht der Einzige gewesen mit dem Gag. Ich habe es heute in Meetings zweimal gesehen. Wirklich? Ach nee, und ich habe mich so originell gefühlt. Tatsächlich, ja, ja, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, der Trump-Anwalt, der Rudi Giuliani, ja, ehemaliger New Yorker Bürgermeister, jetzt ein Vollkasper seit ein paar Jahren. Ich glaube, der war damals auch schon Vollkasper, aber keine Ahnung. Der ist ja der Anwalt von Trump und er hat eine Pressekonferenz einberufen, kurz nach der, nachdem eigentlich feststand, dass der Biden gewonnen hat. Die sollte im Four Seasons stattfinden, eine berühmte Hotelkette, Four Seasons. Das zumindest hat sein Chef, der Donald Duck, hat das getweetet. Und dann entpuppte sich das hinterher aber als falsch, ja. Es war im Four Seasons, aber im Four Seasons Total Landscaping. Und das Four Seasons Total Landscaping ist da, wo haben sie das gemacht? In Philadelphia, glaube ich, ne? So ein Gartenbedarf, ja, so kann man da kaufen, so Gartenschläuche und all so ein Kram kann man kaufen. Und das Beste ist, das ist in so einer richtigen shady Gegend irgendwie, den Fotos nachzuurteilen. Auf der anderen Straßenseite ist ein Krematorium, links daneben ist so ein Adult Bookstore, ja. So ein Sexladen halt einfach. Und da in der Mitte stand dann der, in so einer Parkplatzoptik, der Rudi Giuliani hat so drei äußerst zwielichtige Zeugen, in Anführungsstrichen, hat er da herangeholt, die Wahlbetrug geungt haben. Und das Ganze war halt so glaubwürdig wie, weiß ich auch nicht, ein abgelaufenes Pfundwurst, Sebastian. Ja, sensationell war das, aber das Visual, das ging mal so richtig in die Hose. Und das passt aber auch einfach zu dem, was diese Bozos da sonst so machen. Ich habe da sehr viel Freude dran gehabt. Ich habe mich auch da sehr drüber gefreut, ja. Es ist halt klar, ne? Also, es passt halt, du sagst es, es passt wie die Faust aufs Auge einfach zu dem, was da derzeit abgeht. Und wir wollen euch ja hier auch nicht so oft mit Politik nerven, aber das ist, das ist auch so ein Ding. Ich schimpfe oft auf Amerika, aber eigentlich mag ich Amerika. Und da blutet einem das Herz, was da so passiert. Einfach. Ja. Ich könnte da jetzt lange drüber ausholen, warum das alles so ist. Aber wir wollen ja über Star Trek reden. Ja. Aber vielleicht blutet uns da ja heute auch das Herz, Simon. Weiß ich schon. Wir müssen ja Abschied nehmen. Ich bin gespannt. Ja, achso. In der Hinsicht. Ja, weiß ich aber auch nicht, ob da das Herz blut ist. Nee. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Muss ich drauf kommen. Ja, aber eine wunderschöne Überleitung dieses etwas schwerfälligen Beginns heute hier. Aber ist egal. Ja. Macht gar nichts. Simon, es ist heute Abschied in mehrerlei Hinsicht. Bevor wir irgendwie richtig mal an die Folge rangehen, verabschieden wir uns noch vom zweiten deutschen Fernsehen, denn das war die allerletzte Episode, die ihre Erstausstrahlung auf dem ZDF hatte, in diesem Block, wo vier Wochen lang nacheinander, montags bis donnerstags im August 93 nochmal so 16 Folgen in Erstausstrahlung verheizt wurden. Dann war Feierabend und dann ging es erst im März 1994 auf Sat.1. mit neuen Folgen weiter. Sebastian war bestimmt alles ein furchtbarer Irrtum. Jemand beim ZDF hat so die Episodenliste gekriegt, ja, und da steht The Final Mission. Ah, The Final Mission, die Serie hört auf. Alles klar, nee, nee, Verträge brauchen wir nicht verlängern. Das ist auch höchst, fast genauso ein Planungsfehler wie das mit dem Four Seasons, einfach diese Folge da anzusetzen, weil es gibt ja bestimmt Zuschauer, die hatten nicht, so wie wir, das Ralf-Sandersche Star Trek-Universum zu Hause. Und die haben das dann in der Fernsehzeitung gesehen oder haben die Folge geguckt und am Anfang kommt die Einblendung, ja, letzte Mission, alles klar, letzte Folge von Star Trek The Next Generation auf dem ZDF. Okay, schönen Nachmittag noch, das war es dann ja wohl. Wahrscheinlich, ja. Unglücklich einfach. Unglücklich, ja. An der Stelle nochmal gepriesen sei Ralf Sander, oder? Ja. Also früher, das ist da so ein Nachschlagewerk, wir haben es schon öfter hier erwähnt im Podcast, dass es da so ein Nachschlagewerk gab für uns damals, ich glaube, das hat das Fandom nochmal vertieft, auch bei mir so, dass du da so diesem Wälzer alles lesen konntest und ja, hättest du sonst nicht mitgekriegt. Schon was dran. Sebastian hat den Titel schon verraten, Final Mission, nee, hast du ihn überhaupt verraten? Ja, ich glaube schon. Ein bisschen, Final Mission heißt das Ding, klingt wie ein Ende, ist auch ein Ende, allerdings nicht für unsere Helden, nicht für die Serie, sondern für einen Charakter, erstmal zumindest und zu Deutsch, Sebastian, ganz einfach diese Woche. Ja, die letzte Mission, wir haben schon letzte Woche gesagt, geht doch, genau. Genau. Ihr schrieb, was hat das Ganze? Casey Arnold Incy und in ein Drehbuch überführt mit Produzentin Jerry Taylor. Und über Casey Arnold Incy gibt es exakt so viel zu wissen, Simon. Zero, Zero, Popero, leider. Aber immerhin hat sie diese Episode für uns erdacht, natürlich mit hartkräftiger Unterstützung von der guten Jerry Taylor. Und ich würde sagen, Sebastian, hast du noch irgendwelche Making-of-Bemerkungen dazu? Oder wollen wir einfach starten? Naja, wir könnten im Hinterkopf haben, dass A, Will Wheaton gehen wollte, ja, und dass B, man ihm dafür eine Folge schreiben wollte, die im Gegensatz zu Taschas Geschichte einen würdigen Abschied darstellen sollte. Das war die Maßgabe, die sich Jerry Taylor da vorgenommen hat. Und ich weiß nicht, wollen wir jetzt oder am Ende der Folge über die Beweggründe des Will Wheaton reden? Am Ende, oder? Können wir am Ende machen. Ja. Genau. Das Besondere diese Woche ist, wir haben wieder eine A-Story, und was heißt besonders, aber dieser Woche haben wir eine ganz klar getrennte A- und B-Story. Und wie ihr das ja von uns kennt, machen wir das immer so, dass wir erst der einen Handlung folgen und dann der anderen, weil wir nämlich dann ständig hin und her springen müssten. Und das macht in diesem, manchmal macht es auch keinen Sinn, aber in dem Fall macht es sehr viel Sinn, dass wir das so machen. Und für alle, die die Folge nicht gesehen haben, die werden auch gleich was verstehen, warum. Und mit dieser Vorbemerkung, Sebastian, fang du doch heute mal an. Wie geht es los? Die Enterprise ist einfach mal so unterwegs, während sich der Jean vornimmt, dass er gleich mal nach Pentarus 5 aufbrechen könnte mit einem Shuttle, denn er muss einen Streit unter den Minenarbeitern in den Salenit-Minen schlichten. Ja, wie das so ist, das kann nur er. Da müssen wir wieder einmal den Käpt'n, den großen Friedensstifter von der Enterprise runterholen und irgendwo mit einem Shuttle irgendwo zu Minen hinfliegen. Aber bevor er das macht, Simon, und er sagt es auch hier schon im Eingangs-Logbuch, hat er ja noch eine viel persönlichere Situation. Und das klingt jetzt erst nach was sehr, sehr peinlichem vielleicht sogar, ist aber gar nicht so peinlich. Du meinst, er muss ja nochmal pullern gehen oder so. Nein, Wesley ist auf der Brücke, wurde herzitiert vom Käpt'n. Der guckt auch schon ganz komisch und schluckt so. Und der Grund ist, das sagt ihm PK auch ganz deutlich, hör mal, ich hab dich vor zehn Minuten hierher bestellt. Oh nee, ich hab noch ein Experiment gemacht und das war ganz, ganz wichtig. Aber PK löst das Ganze gleich auf. Er wollte ihn nur ein bisschen natzen, denn er hat die Nachricht gekriegt. Die Nachricht, auf die Wesley Crusher gewartet hat. Es ist nämlich so, Sebastian, da ist ein Platz auf der Akademie frei geworden. Im laufenden Jahr, muss man sagen. A position has opened up, sagt der Käpt'n da, im englischen Original. Und ich hab mir da so gedacht, was ist wohl die Geschichte dieser Position? Meinst du, da ist jemand, dem ist das zu viel geworden? Der hat hingeschmissen, ist gegangen oder hat sich vom Dach gestürzt, der Starfleet Academy. Was war da los? Oh, das wird ja immer der Ruhr-Uni Bochum unterstellt, dass da ganz viele vom Dach gesprungen sind. Aber ich glaube, genau das ist passiert, dass da irgendjemand dem Druck nicht standhalten konnte. Also wenn das schon so eine Sache ist, wo du einen Psychotest am Anfang machen musst, um da überhaupt reinzukommen, dann ist das natürlich nur was für die Härtesten der Harten. Und ab und zu landet dann halt auch mal versehentlich da jemand wie der Reg Barclay. Und hält das nicht bis zum Ende durch, beißt nicht die Zähne zusammen, sondern sagt irgendwie in einem halben Jahr, ihr könnt mich alle weh! Oder irgendwie sowas, weil sie die Hälter schreien drauf. Ich hab ne Fünferi geschrieben. Ja, genau. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich ist es so. Erfahren wir jetzt nicht. PK sagt aber, du musst einiges nachholen. Aber das ist ja kein Problem für unseren genialen Endsinn-Zufälle hier. Und PK sagt, ihr müsst ja zu diesen Minenarbeitern fliegen, ne? Kommt, ihr nehmt nie mit. Ja. Also nochmal so eine Situation, wo man sich vor zwei Jahren noch komplett vorgedrückt hätte, ja? Beginnt auch mit so einer Situation, die auch vor zwei Jahren komplett anders gewesen wäre. Da wäre nämlich dieses Grumpige von PK am Anfang, 10 Minuten zu spät. Das wäre ernst gemeint gewesen, ja? Ja, stimmt, ja. Man ist freundschaftlich, man ist nicht nur Vater, Sohn, man ist so richtig freundschaftlich geworden. Das kriegen wir jetzt nochmal richtig schön gezeigt hier. Genau. Wir erfahren auch, dass ein Shuttle von diesen Minenarbeitern, um die es da geht, ist tatsächlich da, um Wesley und PK mitzunehmen auf diesem Planeten. PK sagt ja auch, Wesley, ich nehme dich mit, du studierst ja gerade diesen Kram. Ne, so irgendwie Rechtswesen bei Verhandlungen oder was weiß ich, was das da genau war. Deswegen bietet sich das Ganze ja an. Und ja, dann ist man ja fast bereit, loszugehen. Aber da kommt ein Anruf. Bei Worf macht es Ring, Ring. Und es ist Garmelan 5, die ein General Distress Signal, ein großes, angelegtes SOS raushauen. Und auf dem Bildschirm kommt eine sehr besonders aussehende Frau. Das ist die Chairman Sonji, also die Vorsitzende Sonji. Ja, die hat so ockerfarbene Zöpfe und so total unpraktisch zum Sprechen wachsen ihr so Hautfingermäßige Dinger so über den Mund rüber. Ja, das sieht auch so ein bisschen Body-Horror-mäßig aus, wie wenn jemand irgendwie so den Mund zugenäht bekommt in so einem Horrorstreifen. Aber das gehört wohl so auf Garmelan, hast du nicht gesehen. Und ich finde es ja toll, dass für so eine absolute Nebenrolle, die die, also wir lernen die nicht viel näher kennen, die Sonji, dass man sich da so Mühe gegeben hat, dass die so interessant aussieht. Also das finde ich schon ganz cool eigentlich. Ja, und die haben ein Problem, da ist irgendwas in ihrem System, ist da angekommen, das gewaltige Strahlung auslöst. Ja, also das ist quasi so eine Art Angriff irgendwie. Man weiß nicht genau, was das ist. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Denn sonst gehen wir hier alle da nieder. Wir brauchen jemanden, der uns dabei hilft. Dieses Teil, was immer da auch da ist und diese Strahlung aussondert, davon abzuhalten, dass es auf dem Planeten runterkracht. Und so, Garmelan 5 in diese Richtung, Pentarus 5 in diese Richtung. Also anderswo, also muss man sich trennen. Ja, sagt der PK dann auch, Riker, du nimmst die Enterprise und fliegst zu Chairman Sonji. Wesley und ich, wir fliegen mit dem Shuttle nach Pentarus 5 zu den Mienenarbeitern. Also in zehn Minuten geht es für uns los und auf geht's. Jetzt gehen wir noch mal kurz, bevor sich die Wege trennen, in die Shuttle Bay. Da ist dieses besagte Shuttle, das wir kennen und auch der Besitzer des Shuttles, das ist der Käpt'n Dirgo. Und das ist so ein richtig, ja, zwiedigtiger Geselle, will ich nicht sagen, aber das ist so ein, ja, so ein älterer Kapitän von so einem Shuttle. Sieht so ein bisschen dreckig aus auch, ja, hat abgewetzte Kleidung. Und das sieht auch so ein bisschen aus wie das Shuttle, ne, das Sailor Forge da gerade unter Begutachtung nimmt. So ein alter Schrottkahn irgendwie. Ja, aber im Gegensatz zu sonst den abgeranzten Typen, Rebellen, Space Truckern und sowas, sieht der Dirgo einfach mal authentisch aus. Der sieht nicht aus wie irgendwie so einer, der in so einer Hair-Metal-Band auch mitspielen könnte, sondern der sieht halt einfach aus wie so ein Space Trucker. Ja, und das mag ich. Endlich ist das mal authentisch. Stimmt, ja. Das ist richtig, tatsächlich, ja. Auch das Schiff ist, also LaForge sagt auch so, Mensch, die Konfiguration hier, das habe ich alles überhaupt noch nie gesehen, scheint aber zu funktionieren. Und dann kommen auch der PK und der Wesley schließlich hinzu und dann gibt es so ein kurzes Kennenlernen. LaForge sagt nochmal, ich habe das alles überprüft, das scheint zu funktionieren. Ihr könnt da an Bord des Shuttles gehen, Komfort gibt es da allerdings nicht. Ist nicht wie schön, weißt du, beim letzten Ausflug, wo man sich erstmal hingesetzt hat, schön Teechen und Sandwiches, Gurken-Sandwiches da gefuttert und sowas. Gibt es da alles nicht. Das ist so ein, ja, so ein Arbeiter-Vehikel ist das einfach, ne? Ja. Wie so ein Bentley. Muss ja auch nicht sein. Der Jean, der ist auch sehr gut drauf in dieser Folge, muss man mal sagen. Der erwartet das auch gar nicht. Die machen so eine Art Mischung aus Schulterberührung und Handschlag. Die begegnen sich so von Käpt'n zu Käpt'n auch auf Augenhöhe, obwohl er natürlich weiß, ich bin hier der Chef vom Föderationsflaggschiff und das ist hier einfach so ein Trucker. Der hat keine Crew, kein nix. Wesley ist derjenige, der als er Käpt'n hört, dann wieder so sagt, ne, echt ein Käpt'n von so einem Ding. Deswegen, der ist wieder derjenige, der so von oben auf diese ungewaschenen Personen etwas herabschaut. Und der Jean hat Respekt einfach. Also elitär ist er so ein bisschen, ne? Der Herr Crusher. Der Dirgo hört das auch und sagt, ja, ja, mag sein, dass das hier nicht nach viel aussieht. Aber natürlich bin ich Käpt'n. Ich bin, fliege seit 30 Jahren mit dem Ding durch die Gegend. Und in Klammern, da sagt er nicht jetzt, komm mal schön von einem hohen Russ runter, du kleiner Scheißer. Ja, und er hat ja auch ein bisschen recht. Hat er auch, auf jeden Fall. Man hat sich kennengelernt, steigt ein und fliegt los. Jetzt sind wir da an der Stelle, wo sich das Ganze aufteilt. Die Enterprise-Crew und das Shuttle mit Dirgo, Picard und Wesley. Ich hau noch mal zwei Namen raus, denn der Dirgo, den wir da sehen, das ist niemand Geringeres als Nick Tate, bekannt aus Space 1999, den wir viele, viele, viele Jahre später nochmal wiedersehen werden, als Bilby in Honor Among Thieves, der ein kleines Abenteuer mit dem O'Brien durchlebt auf einem Mafia-Planeten. Und das Schiff, in dem er unterwegs ist, das ist die Nennebeck. Und da hat die Jerry Taylor einfach nur zwei Buchstaben ausgetauscht in dem Namen Nemechek und hat das quasi dem Larry Nemechek gewidmet, dieses Schiffchen. Und Larry ist ja jemand, der war schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast. Also auch von uns schöne Grüße nochmal. Schöne Grüße, Larry Nemechek. In einem Track am Freitag war es, wer des Englischen mächtig ist, ein sehr schönes Gespräch zwischen Larry und Sebastian, kann man sich auch nochmal anhören. Ja, Sebastian, würde ich sagen, machen wir mit der Enterprise weiter, oder? Na klar. Die fährt jetzt weg, Picard und Wesley wissen wir nicht, kommen wir gleich wieder hinzu, zurück. Und sind mittlerweile bei Pantarus, nee, Quatsch, bei Gamelan Five angekommen. Gamelan Five, vielleicht auch. Gamelan, finde ich so. Eine Gamelan. Und da finden sie auch dann schon gleich das Problem, wir haben es vorhin schon so ein bisschen mitgekriegt, da ist so eine alte Barge. Ja, so ein altes Schiff. Und das ist voll mit Sondermüll, Sebastian, tatsächlich, mit radioaktivem Sondermüll. Und ist uralt. Und das ist irgendwie kaputt oder so und ist jetzt in die Anziehungskraft, äh, die Anziehungskraft, äh, die Gravitation, die Physiker lachen sich jetzt wieder halb tot über mich, das war auch schon im Physikunterricht damals so. Ich bin das gewöhnt, ich kann damit umgehen, in der Anziehungskraft des Planeten und droht logischerweise auf den Planeten zu stürzen. Diese Strahlung hat es aber in sich. Das ist nicht nur so ein bisschen was, ja, sondern das ist ultra krasser Scheiß, der dann alles verseucht. Richtig, irgendwas mit 3000 Prozent von normaler Strahlung hören wir dann da auch irgendwann mal. Ja, und diese schlechten Nachrichten verklickert der Riker dann auch direkt der Sonji, sagt ihr dann aber auch, ihr werdet jetzt nicht echt angegriffen. Ja, also da sind jetzt keine Feinde, die euch irgendwie umbringen wollen. Das ist alles einfach nur ein schrecklicher Unfall und wer weiß, ob es die Leute überhaupt noch gibt, die das Ding hier losgeschickt haben. Ihr habt einfach nur anderer Leute Probleme hier geerbt und jetzt müssen wir mal irgendwas unternehmen mit dem Ding. Und wie das so ist, wenn der Jean nicht da ist, dann zieht man sich gar nicht erst zum Beraten in das Besprechungszimmer zurück. Dann macht man das auf der Brücke einfach mal klar, was als nächstes getan wird. Genau. Bevor wir da dazu übergehen, Sebastian, irgendwie eine Umweltfolge, die wir haben. Also zumindest was diese Story angeht. Was macht man eigentlich mit diesem ganzen Abfall und was radioaktivem Abfall in dem Fall und was richtet der denn in Zukunft nochmal an? Das ist sicherlich auch ein Thema, über das man sich damals sehr viele Gedanken gemacht hat. Erinnert mich so ein bisschen an Futurama. Da kommt ja auch dieses Müllschiff, das sie irgendwann mal ins All geschossen haben, kommt dann zurück und bedroht die Erde. Und das hat mich so ein bisschen an so eine Umweltgeschichte, die wir hier erzählt bekommen, erinnert. Ist wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, der Ursprung der Malon, die ja ähnliche Taktiken an den Tag legen und uns, ich glaube, in der fünften Staffel Voyager mal so ein paar Mal begegnen und immer ihren Giftmüll irgendwo hinkippen wollen. Du hast aber gesagt, was will Ryker machen? Der will dieses Schiff nehmen, will das umlenken, also wie ist noch nicht ganz klar und möchte, dass es dann schnurstracks in die Sonne fliegt in diesem System und da kann das Zeug ja nichts anrichten. Da gibt es aber ein Problem. Wobei ich mich natürlich frage, warum haben die Leute, die das Ding losgeschickt haben, das nicht direkt in ihre Sonne geschossen, wenn man das so gut entsorgen kann? Naja, Sebastian, weiß ich ja nicht. Schickst es in den interstellaren Raum. Vielleicht war das so ein Vork, das Problem war das einfach wurscht, komm hier, weg, einfach da, komm weg, komm weg einfach mit mir. Ich diskutiere jetzt nicht. Ist mir auch egal, ja, weg damit. Ja gut. Hauptsache es kommt nicht wieder zurück. Ja, ist richtig, ja gut. Du sagst es aber schon, wir haben ein Problem zwischen der Sonji und der Sonne liegt, auch wie bei uns, im Sonnensystem liegt ein Asteroidengürtel. Da muss das Ding durch, wenn du das da reinschickst, dann macht es natürlich einmal Schlabunzen und der Müll zerschellt da drin und weiß ich nicht, die Giftwolke verteilt sich über das gesamte System. Riesenproblem. Da muss man das irgendwie gut vorbei buxieren, um in die Sonne zu kommen. Das heißt, irgendwie muss die Enterprise jetzt diesen Müllfrachter begleiten. Und mitten in diese Vorbereitung platzt jetzt die Info rein, von dem Minenplaneten nämlich, dass Picard und Wesley nicht wie geplant angekommen sind. Man kann das ja gut berechnen, wann die da antanzen und sind sie einfach nicht. Ja verdammt mich, Sebastian, jetzt hat man dieses Problem, man kann ja nicht einfach weggehen hier und den Chef suchen und Wesley, denn man kann ja jetzt nicht das einfach so laufen lassen, weil ansonsten plumpst dieses Ding auf den Planeten und dann ist es komplett essig. Also schon geschickt jetzt. Ah, wir wissen, da ist was im Argen mit dem Picard und dem Wesley, irgendwas stimmt nicht, aber wir können hier nicht weg. Das macht natürlich dann die Situation um Picard, Wesley und Durgo umso brenzliger. Aber bei Toss wäre das jetzt so gewesen, dass irgendjemand mit an Bord gewesen wäre, der dann immer sich mit dem Riker gestritten hätte. Wir fliegen da jetzt hin, unsere Leute retten. Nee, du musst hier mit dem Müllding da das machen und da wäre das ein riesen Zinnober gewesen. Aber so einen Streit gibt es im 24. Jahrhundert nicht mehr. Stattdessen gibt es mit dieser Erkenntnis, wir können da jetzt nicht hinfliegen einfach, gibt es einen Zoom auf das besorgte Gesicht der Beverly Crusher. Stimmt, ja. Verdammt, ich habe doch schon Jack Crusher verloren. Und jetzt, was ist mit meinem Sohn? Und dann auch noch mein großer vertrauter Jean-Luc. Das wäre ja, das wäre eine krasse Nummer, muss man schon sagen, wenn das jetzt passieren würde für Wesley. Also finde ich schon richtig, dass sie da besorgt schaut. Ob Gates McFadden das Ganze richtig rüberbringt, das überlasse ich diese Woche einfach mal dir und euch. Ja, das ist schon okay so. Sie nimmt das ja auch sehr professionell. Denn wenn wir jetzt in die nächste Szene gehen, dann merkt man, dass Beverly auf der Krankenstation da jetzt Aufträge und Antistrahlungsmedizin an ihr Personal verteilt. Und sich sicherlich auch ein bisschen dadurch ablenkt davon, dass ihre beiden Herzblätter da in Trouble sind. Aber sie macht das, was man machen sollte. Einfach ihren Job. Das finde ich auch gut so. So sieht es mal aus. Das Problem ist ja tatsächlich, dass auch die Enterprise Crew in Gefahr ist, verstrahlt zu werden von dem Sondermüll. Und deswegen brieft sie ja ihre medizinische Crew. Fand ich auch eine schöne Szene, wie man jetzt damit umgeht, was man alles macht. Counselor Troy natürlich, die hat das gespürt, was in der Beverly vorgeht. Dafür ist sie ja auch da. Besucht sie jetzt auf der Krankenstation. Die Krankenstation. Besucht sie jetzt auf der Krankenstation, will ihr ein bisschen Mut machen. Aber Beverly, und das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Beverly sagt, nee, nee, mir ist alles, lass mich einfach arbeiten, sagt die. Wir müssen da, und da ist auch ganz gut, Beverly hat gerade einen Weg gefunden, damit umzugehen, mit diesen Sorgen, indem sie sich einfach auf die Arbeit konzentriert. Jetzt kommt Counselor Troy da an, und was macht Counselor Troy, will mit ihr in der Situation darüber reden, will das also ans Tageslicht ziehen. Sebastian, ich bin und weiß Gott kein Psychologe, aber mir erscheint das alles ein bisschen, einfach nicht richtig, die Vorgehensweise von Troy da gerade an der Stelle. Die hätte das eigentlich sehen müssen, wie Beverly da gerade rumfuhrwerkt und auf dem Absatz kehrt machen, so nach dem Motto, alles klar, die ist gerade am Kopen, alles wunderbar. Ich werde hier nicht gebraucht, ich halte mal so ein bisschen ein Auge auf Beverly, das soll sie aber nicht machen, aber ich latsche jetzt nicht da rein und sag quasi nochmal, es gibt ja viele Gründe dafür, dass so ein Shuttle verschwinden kann, Beverly. Ja, sagt sie ja dann auch. Danke, du hast mich daran erinnert, ich hatte es gerade für zehn Sekunden vergessen. Stimmt, ja, ja. Würde Beverly jetzt sinnierend bei zehn vorne im Raucherraum sitzen, ja, dann könnte Troy dazukommen und mal was sagen oder vielleicht nach Feierabend mal bei ihr vorbeischauen. Also, aber jetzt ist ja alles in Ordnung. Wir erfahren auch, dass diese Bewohner des Minenplaneten, also die Miner, die haben auch Schiffe losgeschickt, um die zu suchen, allerdings haben die nur sehr wenige von diesen Shuttles und werden da auch nicht weit kommen groß. Also die brauchen eigentlich die Unterstützung der Enterprise. Jetzt ist wieder die Frage, Sebastian, warum der Enterprise? Kann man da nicht noch ein anderes Schiff fragen, was da in der Nähe ist? Ja, da sind keine in der Nähe. Natürlich nicht. Sonst hätte, wer weiß, wie weit draußen die da sind, sonst hätte ja auch der Jean ein viel bequemeres Schiff zu den Minenarbeitern nehmen können und hätte jetzt nicht die Nemechek da pflegen müssen. Ah, okay, okay, dann sehe ich das. Das hängt alles zusammen. Hängt alles zusammen. Ja. Jetzt gehen wir aber auf die Brücke und der Geordi, der hat irgendwie so drei Düsen, die hat er wahrscheinlich repliziert. Oder hat er selbst zusammengezimmert und die hat er an den Müllfrachter dran geschraubt und mit den Düsen wollte die das Ding jetzt manövrieren. Nur bei dem oberen hat der Geordi die Flügelmutter nicht ordentlich angezogen. Genau, es macht nämlich Peng und eine von diesen Düsen bricht einfach ab und fliegt weg. Und das Schiff bewegt sich zwar, aber in eine völlig andere Richtung, als es eigentlich soll. So funktioniert das nicht. Noch mal, diese Flügelmuttern vielleicht nochmal versuchen und die Flügelmuttern richtig anzuziehen, kommt nicht in Frage. Reicht die Zeit nicht, nehme ich an. Deswegen bleibt tatsächlich nichts anderes möglich, als das Abschleppen tatsächlich. Also die Enterprise muss jetzt einen Traktorstrahl ausschicken, das Ding in Schlepp nehmen und es Richtung Sonne buxieren. So, und das sind natürlich riesige Probleme. Wir haben es schon gesagt, das Ding strahlt ja. Das heißt, man hat nicht unendlich Zeit, weil irgendwann wird das halt tödlich für die Besatzung der Enterprise. Das kann ein Schild nicht aufhalten, diese Strahlung. Deswegen muss man jetzt zusehen, dass man irgendwie mit ganz besonders viel Kraft und schnell und so weiter das Ganze zieht, um diese unangenehme Nähe zu dem Frachter so kurz wie eben möglich zu halten. Ja, gesagt, getan. An dieser Stelle passiert jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel persönliche Entwicklung, finde ich. Du kannst mir da gerne widersprechen. Aber für mich sind das jetzt nur noch Sci-Fi-Techno-Babble-Verwicklungen, die ab jetzt kommen. Das ist jetzt nichts mehr, was uns mehr verrät über den Charakter Beverly oder Riker, wie der das managt oder so. Einfach, die machen jetzt einfach noch ihren Job und wir gucken denen dabei zu. Die machen ihren Job. Was ich als Einzige, was ich sagen muss, Bill gefällt mir außerordentlich gut. Ja, der ist on top of his game, wie man so sagt. Ja, also der ist der Einbefehl, jagt den Nächsten. Dann hier, ja, Riker und was ist mit Picard und Vessi? Nee, können wir nicht hin. Den muss ich mir noch sagen, das dauert noch ein bisschen lange hier. Also der Bill ist da voll in Aktion. Das finde ich schön. Ich finde es sowieso, alle haben Aufgaben. La Forge ist am Rechnen, Rumrechnen. Beverly haben wir schon gesehen. Troy hatte ihren Moment, auch wenn er ein bisschen komisch war, aber sie hatte ihren Moment. Und Riker hat seinen Moment, Data gibt irgendwelche Statistiken durch und sowas. Finde ich gut, ne? Alle haben was zu tun. Schön. Sitzen nicht einfach nur rum und reagieren. Richtig. Auch Allenby hat was zu tun, ja? Also Wesley hat schon jetzt natürlich eine Drehtür geöffnet hier in dieser Folge für Menschen, die da vorne sitzen, wo der Wesley sonst immer gesessen hat. Da werden jetzt in der Zukunft ganz, ganz viele unterschiedliche Leute sitzen. Oft auch mal am Stück dieselbe Person, längere Zeit. Aber in dieser Folge ist es die Allenby und die nimmt auch gleich an der Diskussion teil und macht ihr Ding. Nächste Szene, die Enterprise hat das Schiff jetzt im Schlepptau, ist unterwegs und die Kacke ist richtig am Dampfen, denn man erfährt halt, die Strahlung greift jetzt die Enterprise an. Man muss schon so Zeug in die Ventilation pumpen, ja, dass die Leute nicht einfach umfallen. Ja, Beverly auch hier, die sagt, ja, die Leute müssen da weg, müssen auf das Deck, müssen auf das Deck, um da möglichst geschützt zu sein. Sie hat auch ihren albernen Arztmantel nicht an, was ich hier übrigens auch gut finde. Ja, sie ist einfach voll dabei, sich um die Situation zu kümmern und versucht das jetzt immer schneller zu werden. Und Riker sagt, komm, das muss jetzt ein bisschen schneller gehen hier, weil die Zeit wird knapp, wir müssen das Ding sonst loslassen. Aber das geht auch nicht so richtig, weil der Traktorstrahl dann instabil wird, muss halt langsam fliegen und diese ganzen Strahlungslevel, die steigen immer mehr an. Ja, und dann gibt es auch einen Countdown vom Computer, in 30 Sekunden wird die Strahlung tödliche Level erreichen, in dem Moment sehen wir die Brocken des Asteroidensystems, 15 Sekunden, 10 Sekunden und in dem Moment denkt Riker sich dann, so, jetzt ist das Ding aber auf richtigem Kurs und hat den korrekten Vektor und den Schwung, dass es in die Sonne fliegt. Also loslassen, treiben lassen und dann rauscht das Ding auch weiter in die Sonne. Genau, gerade noch mal Glück gehabt, kurz bevor da alles kaputt gegangen wäre. Jetzt hören wir noch mal, dass die Enterprise jetzt unterwegs ist zur letzten bekannten Aufenthaltsort des verlorenen Shuttlecrafts und man misst da so ein paar, naja, da gibt es so ein bisschen Trümmer, aber das ist zu wenig für das Shuttle. Wo könnte das denn sein? Wo könnte es hingeflogen sein? Man rechnet da so ein paar Sachen zusammen, da wurde schon gesucht und kommt auf einen der Monde von Pentarus 3, nämlich den Mond Lambda Paz. Und dahin legt man jetzt einen Kurs und ob sie da was finden oder nicht, das werden wir dann am Ende der Folge verifizieren können. Jetzt sprühen wir erstmal wieder zurück. Genau. Kurzes Zwischenfazit, wie fandst du diese Behandlung? Ein bisschen belanglos. Ja, sehe ich auch so. Also war das Ganze und es klingt halt, man muss auch zugeben, es klingt jetzt halt noch belangloser, weil wir das jetzt am Stück erzählt haben, wenn es unterbrochen wird durch die anderen Szenen, über die wir jetzt gleich reden werden, ist es natürlich noch ein bisschen dynamischer. Aber eigentlich passiert da echt nicht viel. So, ja, wirklich nicht viel. Jetzt spulen wir zurück, kommen wieder an die Stelle, wo der PK und der Wesley, ja, die Enterprise verlassen haben, auf dem Shuttle zusammen mit Dirgo. So, und ja, wir sind jetzt so im Cockpit, ne, PK ist hinten, der ist mal um Klo gegangen oder so. Wesley und Dirgo unterhalten sich ein bisschen über den Jean-Luc, ne, das ist aber, der Dirgo, der traut dem Jean-Luc ja gar nicht zu, ne. Der, der Typ, der soll mit den Minenarbeitern klarkommen, ne, das ist doch so ein Hans Wurst, der Wesley natürlich, sie kennen den Käpt'n aber nicht richtig. Das war die richtige Stimme an dieser Stelle. Und während er das so sagt, gibt's einen Alarm, Licht geht an und aus, oh, 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 wir haben die Navigation irgendwie verloren, der Dirgo kann auch das Schiff nicht mehr so richtig stabilisieren, man eiert hin und her, große Katastrophe. Die Nennebeck sieht man in einer Außenansicht, taumelt auf eine Planetengruppe zu, oder auf eine Mondgruppe, besser gesagt, wie wir dann ja hinterher erfahren werden. Und Vorspann, eine Sache, die da sehr schön ist, der PK, der steht irgendwie auf von einer Konsolen, weil alle arbeiten an den Konsolen, frenetisch, so, tut 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 tut, alle. Und der PK steht auf und will sich an so einem, an so einer Alterung festhalten und plopp, hat er die in der Hand. Das fand ich irgendwie schön so, also, lustig. Und ja, Absturz, incoming auf diesen Mond, da bei Pentarus 3, denn woanders hin kann man einfach nicht und das ist der einzige Mond, der eine Atmosphäre hat, die brauchbar ist, ergibt es dann am Ende auch so ein weißes Licht, wenn man sich auf diesen Planeten stürzt und katscheng, Schnitt und Schnitt. Ja, dann sind wir auf der Mondoberfläche und ich bin richtig froh, Simon, dass wir diese Woche on location gegangen sind und dass man auch mal eine andere Location genommen hat. Man ist in so einen ausgetrockneten See gegangen, der sehr, sehr wüstig aussieht. Man hat eine Farblinse vor die Kamera montiert, dass das alles so, ja, interessanterweise so abendstimmungsmäßig golden aussieht. Gar nicht so ausgebleicht mega hell, wie das sonst mal mit dem Wüsten gemacht wird, sondern das hat so eine warme, glühende Romantik irgendwie. Ja, stimmt. Es sieht dadurch auch ein bisschen fremdartig aus, tatsächlich. Was es aber auch aussieht, ist, es sieht heiß aus und es sieht trocken aus und es sieht sehr wüstig aus und wenn man das so guckt, kriegt man gleich ein bisschen Durst, finde ich, auf so ein schönes kaltes Glas Wasser. Ich muss jetzt auch erstmal ein Stückchen trinken. Prost. Mein Bier ist leider schon alle hier. War ja zu gierig. Ja, die Situation ist die folgende. Der Shuttle ist abgestürzt, ist komplett kaputt. Man ist mitten in der Wüste und jetzt muss man erstmal Schutz suchen. Also es ist wirklich komplett kaputt. Also Kommunikation funktioniert auch nicht. Der PK, Käpt'n, der er ist, geht natürlich ganz pragmatisch an die Sache ran. Wir brauchen A, Schutz und wir brauchen was zu essen und was zu trinken, Sebastian. Und da gehen die Probleme jetzt richtig los. Denn das kleine Schiffchen von dem Durgo, das hat einfach keine, wie sagt man, keine Vorräte und auch keinen Replikator. Und dass so ein Trucker keine Vorräte hat, das finde ich irgendwie schon bemerkenswert. Also mindestens mal so eine Packung Beef Jerky sollte doch jeder gute Trucker im Handschuhfach liegen haben. Und eigentlich ist ja so eine Reise auch mal so lang, dass er vielleicht auch irgendwie einen Kasten Gerolsteiner, der irgendwo drunter geschoben hat. Aber nein, hat er alles nicht. Oder einfach im 1, 2, 3 Prepper Store ein bisschen was bestellen. Hat er auch nicht gemacht. Hat sich komplett auf seinen Replikator verlassen. Der Diego sagt auch, ich muss sehen, was ich hier mitnehme. Ich habe da nicht Platz für sowas. Punkt 1, einer langen Liste an Beweisen, dass der Diego echt dumm ist. Und zwar dumm wie Brot. Mir ist er zu dumm, Sebastian. Aber das kommt jetzt auch. Das ist aber mein erster Punkt, warum der Diego einfach dumm ist. Super dumm. Ja, komme ich auch gleich nochmal zu drauf. Und ich habe eine Frage dann an dich, die womöglich kontrovers ist. Aber gucken wir mal. Ja, aber das ist reichlich dumm. Das ist eine von vielen, vielen dummen Diego-Entscheidungen, die wir hier sehen. Oder Sachen, die er einfach so dumm sieht und macht. In der Zwischenzeit, zwischen den Szenen, hat man sich jetzt aus irgendwelchen Planen oder Klamottenresten so Turbane. Turbans? Dem Plural von Turban hat man sich gebaut. Drei Mal für jeden einen. Turbane, habe ich jetzt fast gesagt. Aber weiß ich nicht genau. Turbane? Turbane. Naja. Naja, das muss ich jetzt klären. Turba. Immer diese Cookie-Banner, die man bestätigen muss. Turban. Turban. Turbanartig. Es kann sich nur um Stunden handeln. And I take the one in the Toy-Ban. Die Turbane. Der Turbane, den Turbanen und die Turbane. Das sind die Kasi, die ich gerade vorgelesen habe. Also die drei haben sich jetzt ihrer Turbanes ermächtigt und haben auch mal so Phaser vom Durga. Also Phaser hat er mehr als genug, wie wir auch nachher noch feststellen müssen. Phaser, satt, hat er dabei. Das sind alles Phaser aus Star Trek 3, die er dabei hat. Aber der Jean hat sich ja auch schon mal nützlich gemacht in der Zwischenzeit. Der hat was gebastelt. Der hat einen Pfeil gebastelt. Also jetzt nicht Pfeil und Bogen, sondern so einen Pfeil, der anzeigt, in welche Richtung man gleich gehen wird. Und das ist der Auslöser für so einen kleinen Kapitänsschwanzvergleich, den wir jetzt hier sehen. Der Dirgo nämlich, was, wer hat dir jetzt gesagt, dass du hier die Befehle gibst? Lass uns doch hier bleiben. Wo willst du hin hin? Naja, ich will da hinten hin. Man sieht so am Horizont so eine Gebirgskette. Da hinten zu den Bergen, denn da finden wir Schutz. Da finden wir wahrscheinlich auch Wasser. Da müssen wir hin. Wir können nicht hier in der Wüste bleiben, weil ansonsten werden wir den Tag nicht überleben. Ja, der Dirgo erstmal, nee, 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 das geht überhaupt nicht. Und dann mischt sich auch Wesley wieder so ein, auf so eine bisschen unangenehme Art und Weise, finde ich. Ja, jetzt hör mal dem Käpt'n zu. Das ist der, der uns am Leben erhalten wird. Mensch, das würde ich dir mal wohl anraten, mein Freund Dirgo. Und Picard ist immer noch diplomatischer. Da merken wir, wer war schon an der Diplomatie? Wer war schon an der Akademie und hat was darüber gelernt? Stimmt. Denn Picard sagt einfach, danke, Fähnrich, das ist genug. Dirgo, Sie sind ja ein wunderbarer Pilot. Haben Sie irgendwelche Eingaben, irgendwelche Sachen, die ich vielleicht übersehen habe? So sagen Sie es doch. Ja, und dann sagt er natürlich, nee, nee, nee. Das ist viel besser, um diese Situation, das ist viel konstruktiver, um diese Situation aufzulösen. Also geht's los jetzt. Durch die Nase atmen, sagt der Jean-Luc noch. Finde ich schön, dass man da nicht so viel Feuchtigkeit verliert. Und der Diogo verabschiedet sich dann noch so in seiner letzten Szene von seinem alten Kahn. Da klopft er dann nochmal so drauf. Und jetzt, Sebastian, kommt der Gang durch die Würste. Kann sein, dass du Hunger hast, Simon? Ach so, so einen schönen vegetarischen Knacker würde ich mir jetzt. Dann kommt der Gang durch die Wüste. Und das natürlich muss man immer mit so ein bisschen Blasmusik unterlegen. Und läuft dann da durch die Wüste und man sieht Nahaufnahmen der Sonne. Und das ist so von unten gefilmt. Ja, wo die dann so an der Sonne vorbeigehen, dass man die Sonne schön sieht. Hä, Hä, was ist da? Nee, sagen sie nicht. Aber das ist halt so ein Klassiker, finde ich. Was wir da jetzt sehen. Ja, gut, wenn du Blasmusik sagst, allerdings, dann denkt man erst mal so. Das hört man jetzt mal nicht. Nee, aber man hat Bläser im Hintergrund so. Ja, es ist eine, ich habe sie genannt, eine ominöse Wandermusik. Ja, das trifft es aber auch ziemlich gut, finde ich. Dann kann Wesley auch nochmal sagen, du hast dir Sorgen gemacht, darum, dass der Käpt'n nicht tough ist. Ja, guck mal hier, der läuft uns da weg, der Fuchs. Der Dero macht relativ schnell schlapp. Wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Aber man sieht es in einer Szene, da gehen die beiden schon weiter, Wesley und PK. Und dann sieht man ihn so verstohlen zur Kamera, stellt er sich hin. Und nimmt dann aus seinem Jackentischchen, holt er so einen Flachmann raus. Mit Wasser gefüllt, so denkt man. Und trinkt dann so einen kräftigen Schluck. Also, dem Zuschauer wird hier so ein bisschen gezeigt. Aha, der Diego hat Wasser und das will er nicht teilen. Wie in jedem guten Abenteuerfilm, Simon, gibt es den verschlagenen Mitreisenden, der Wasser versteckt. Das ist auch so ein Trope. So ein Trope, ja. Ja, ja, gibt es tausendfach, stimmt. Diego ist auch Zelda-Fan, Simon. Denn auf seinem Köfferchen, das er die ganze Zeit dabei hat, da sind Triforces überall abgebildet. Ach, wirklich, ja. Ja, vielleicht war der Diego auch nur auf der Hyrule-Universität. Und deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Ja, möglich. Ja, jetzt marschiert er durch die Gegend. Und der Wesley scannt mit seinem Tricorder. Und hat natürlich kein Wasser gefunden. Aber er hat so eine Energiequelle irgendwo da in den Bergen gefunden. Irgendwo da kommt das her. Keine Ahnung, was das ist. Aber es scheint künstlich zu sein. Also komm, lass uns mal da hingehen. Denn vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für uns, Unterschlupf zu finden und Wasser zu finden einfach. Weil das ist jetzt das Dringendste. Schwingt aber auch gleich mit, dass das gefährlich sein könnte. Oh, eine Lebensform. Naja. PK sagt aber auch, wir gehen jetzt mal weiter. Egal, was da auf uns wartet. Und dann sind sie auch da. Dann sind sie da, ja. Ist eine Höhle, sieht auch deutlich kühler aus als draußen. Bis jetzt haben sie aber kein Wasser gefunden. Aber hier muss es irgendwo Wasser geben, sagt der Diego. Höhlen werden durch Wasser, werden die doch erstellt. Also Wasser sorgt dafür, dass es Höhlen gibt. Und sagt PK. Nee, nee. Können auch durch vulkanische Aktivitäten entstehen. Und da habe ich mir gedacht, really? Und dann ist da so eine Treppe? Ja, das ist doch ein Dead-Giveaway, dass irgendwelche humanoiden Zweibeiner da ihre Finger im Spiel hatten. Ich glaube, die Erklärung ist einfach, dass man in den Höhlenfundus von Star Trek gegriffen hat und dann eine mit einer Treppe genommen hat. Was blöd ist in dem Fall. In dem Fall schon. Ja. Naja. Ist ja auch nicht so leicht, da runter zu gehen. Denn in dem Moment machst du mal. Dann fällt dem Diego nämlich sein Flachmann aus dem Wams. Ah, du hast also Wasser versteckt. Nee, nee, sagt der Diego, das ist kein Wasser. Das ist Schnaps. Ja, das ist ein Gebräu, das ich brauche. Dreski. Bitte? Dreski. Dreski, genau. Es klingt auch wie so ein Balkanschnaps irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Gib mir mal noch so ein Dreski. Richtig, ja. Also wir haben hier einen Trinker, der ohne seinen Schnaps nicht das Haus verlässt und auch nicht der Shuttle fliegen kann wahrscheinlich, bevor er nicht ein bisschen Pegel hat. Und der PK meldet das jetzt einfach. Erst kriegt er, liest er ihm die Leviten und sagt, was? Du hast Alkohol getrunken bei der Sonne. Da wirst du noch mehr Durst haben. Ja, das finde ich so ein bisschen schön, so oberlehrerhaft. Ja, auf diesen Diego. Diego, wahrscheinlich ein Alkoholiker. Ich nehme es mal so an. Und Sebastian, ein Alkoholiker, der trinkt ja nicht, weil er will oder weil er schlau ist, so viel zu trinken, sondern der trinkt, weil er fucking muss, weil er Alkoholiker ist. Und dann natürlich die Menschen aus dem 24. Jahrhundert, für die solche Probleme überhaupt nicht mehr existieren. Richtig. Für die solche Realitäten so fern sind, dass sie noch nicht mal mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. So sieht es mal aus. Genau. Und das fand ich dann auch wieder so. Dass er diesem Typen, der halt eigentlich das Zeug so dringend braucht, dass er es sogar in dieser Situation trinkt, sich offensichtlich auch dafür schämt, weil er es halt heimlich macht, dass man dann da ihn so ein bisschen in diese böse Richtung stellt, finde ich ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Ja, das ist schon ein bisschen bitter. Fehlt noch, dass Wesley zu ihm sagt, Just say no. Ja, genau. Aber nix da. Wir sind hier, der PK, der alte Faschist, der behält den Schnaps einfach und sagt, nee, wir nehmen das zum Desinfizieren. Sorry, ihr Lieben da draußen. Ich fand das halt echt ein bisschen lustig alles. Ja, ist schon krass. Und tiefer geht es in die Höhle. Tiefer geht es in die Höhle und man kommt in einen so nett beleuchteten Bereich mit einem Springbrunnen in der Mitte. Und das ist auch wieder so ein Springbrunnen, wie er eigentlich nur von Menschen oder anderen humanoiden Hand entstanden sein kann. Das Ganze sieht auch reichlich aus wie das Foyer von so einem Hotel in Las Vegas. Ja, stimmt, ja. Also total artifiziell. Das sagt aber keiner von denen. Also wir sollen hier immer noch denken, dass das so eine Naturquelle ist, die da irgendwo so schön genau nach oben sprudelt. Stimmt, ja. Wo es mit einer Treppe hingeht. Richtig. Aber das ist ja genau das, was man gesucht hat. Wasser offensichtlich. Der Diego kann nicht an sich halten. Flitzt da hin, will seinen Kopf da reinhalten und dann macht zack. Denn diese Quelle wird offensichtlich von so einem Elektrofeld geschützt und er fliegt da einfach zurück. Und ja, das ist so leicht jetzt nicht, an das Wasser zu kommen. Also flüssige Gold für die drei Helden. Man muss das irgendwie ausschalten können, dass Kraftfeld, man überlegt, wie könnten wir das denn machen? Kraftfeld ist ja auch ein interessanter Begriff für etwas, wo ich das erste Mal beim Ansehen gedacht habe, das sieht aus wie so eine Kristallvase von einer Oma. Ja, kennst du diese Dinger? Ja, die kenne ich. Ja. Diese langen, ne? Diese, ja. Ja, diese aus dem, wie auch so. Raouten drin irgendwie so, ja. Ja, oder diese scherbenförmigen Raouten, die da so. Ja, natürlich. So sieht das Ding aus. So sieht das tatsächlich aus, ja. Naja, aber gut, Phaser, natürlich machen wir das mit dem Phaser, sagt der Durgo auch. Der prescht ja immer vor und da kann der Picard auch sagen, wollen wir nicht mal, also können wir nicht mal, sonst sollten wir nicht mal, egal. Ja, egal. Durgo, dumm wie er ist, schießt auf das Ding, ohne den Tricorder mal zu bemühen und mal zu gucken, was das denn überhaupt da ist oder mal diese Starfleet-Leute da drauf gucken zu lassen. Und dann kommen, Sebastian, überschlagen sich ja die Ereignisse, kann man sagen, ne? Dann kommen irgendwie so Blitzkugeln angeflogen, durch so Öffnungen in der Höhlendecke kommen die so runter und drehen sich, ja, und dann gehen die auf den Durgo los. Hab mich auch ein bisschen erinnert an einen alten Steven Spielberg-Film, wo auch durch so eine Höhle solche Energiegeister schweben und ich hab gewartet, dass der Soundtrack so macht. Das erinnert mich sehr an Raiders of the Lost Ark, ehrlich gesagt, was ich da so sehe. Aber gut, das Ding reißt ihm die Waffe aus der Hand. Die ist dann erst mal weg. Sehen wir nachher, später, was damit los ist. Und bei dem ganzen Remmidemmi löst sich auch ein Steinschlag über Wesley. Und oh Gott, das kann doch nicht sein. Wesley gilt es zu retten, denkt sich der Picard. Läuft, haut den Wesley aus dem Weg und wird dann tatsächlich von den Steinen getroffen. Ist auch eine coole Szene tatsächlich. Man sieht so erst mal die Perspektive von Picard offensichtlich, wie er hochguckt. Und die Steine so auf seinen Kopf kommen. Bupp, es wird dunkel. Und dann sieht man das aus der Perspektive der Steine, wie der Picard da tatsächlich unter einem Steinschlag begraben wird. Finde ich, ist eine coole Szene irgendwie. Er hatte sehr viel Dynamik, gut geschnitten. Und ja, jetzt ist er richtig arm dran, unser lieber Käpt'n. Aber hallo, arm dran ist auch ein gutes Stichwort. Denn der linke Arm, der ist gebrochen. Er hat auch was am Kopf abbekommen. Und es gibt auch Blutungen, und zwar innere Blutungen. Und das ist gar nicht mal so gut. Bein ist auch noch kaputt, glaube ich. Da war, glaube ich, noch mehr, oder? Bein ist auch noch gebrochen, glaube ich. Ja, richtig, das rechte Bein ist auch noch gebrochen. Richtig, richtig, richtig. Wesley sitzt da, macht so ein bisschen Erste Hilfe. Und Durgo stänkert schon wieder rum. Also, ja, das ist, den lassen wir jetzt, komm, wir lassen den jetzt hier liegen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Man muss aber auch sagen, Wesley schimpft ein bisschen rum, reagiert sehr aggressiv auf Durgo, gibt ihm die Schuld. Stimmt ja auch irgendwie, ne? Also, der Durgo hat das ja ausgelöst, aber konnte jetzt auch nicht wissen, dass das passiert, muss man auch sagen. Aber ja, die Stimmung ist relativ schlecht. PK, übel beieinander, sagt auch noch so, wäre ganz nett, wenn du mich nie begraben würdest, bevor ich tot bin. Und dann geht dieser Durgo wutentbrannt erst mal so weg. Und PK und Wesley sind mal kurz unter sich. Und PK, der wirklich neben der Rille ist, sagt, er hat ja recht, ich könnte sterben. Sieht nicht gut aus für mich. Aber Wesley, ich muss dir jetzt mal Kommando-Empfehlungen geben, weil ich sehe, du gehst mit dem Durgo, so auf gut Deutsch, zu respektlos um. Hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Und sagt, du musst auf den aufpassen, der ist gefährlich, der ist sturköpfig. Impulsiv. Also du musst ihn irgendwie versuchen zu kontrollieren, diesen Trucker. Ja, wenn Wesley sagt, machen Sie das doch, Sir. Nee, ich kann nicht. Du, du musst das machen. Du musst jetzt ihm die Stirn bieten. Du guter, guter Typ, du. Ja, nächste Szene. Sind wir da wieder auf dem Planeten. Da hat sich nicht viel verändert. Ist natürlich fies. Also man liegt da neben dieser Quelle, hört es schön sprudeln. So lustig sprudelt das Wasser. Das klingt auch richtig toll, finde ich. Habe ich nochmal Durst gekriegt, als ich das gesehen habe. Und die sitzen da und kommen nicht dran. Jetzt hat der Wessi noch was anderes entdeckt. Denn irgendwie an so einem, von diesen Steinen, ja, die von diesem Energiegeist, wie du es schön genannt hast, getroffen werden, die sind irgendwie so eingesponnen von so, ja, Sebastian, was ist das? So ein Plexi-Fieberglas-Kunststoff mit so Adern. Ja. So ein Kiesel. Und in der Mitte steckt, du sagtest Stein, da ist der Phaser drin von vorhin. Ah, ja, stimmt. Stimmt. Genau, der wurde ja getroffen von dem Ding. Ja, und das sind Selenium-Fasern übrigens. Ja, Selenium. Silenzium! Ja. Wessi findet auch raus, dass, also der ist ja da kräftig am Untersuchen weiter, hat lang nicht aufgegeben. Ich finde raus, je weiter man sich dem Wasser nähert, desto krasser wird diese Energie, wird dieser Energieausschlag, der dann letztendlich dafür sorgt, dass die Energiewesen kommen. Testet das auch gleich mit dem Dargo, in dem er sagt, ey, geh mal so in einen Springbrunnen ran. Aha, ist jetzt gerade auf 40 gegangen. 40 was, frage ich mich. Ich glaube, Megahertz, aber ist auch egal. Und jetzt denkt sich der Wesley, wenn wir irgendwie die richtige Frequenz finden, können wir das vielleicht kontrollieren irgendwie und dann mal irgendwie ausschalten, ja. Aber das ist dem Dargo alles, so viel denken, das ist alles viel zu anstrengend und nervig für den, ja. Genau, das kriegt er nicht hin mit seinen drei Gehirnzellen. Also er wird schon wirklich sehr, sehr, sehr dümmlich dargestellt. Auch das hier wieder ein Zeichen dafür. Also der kann ja immer noch ein Schiff fliegen, Sebastian. Es ist ja nicht so, dass der sich komplett alle Gehirnzellen weggesoffen hätte oder so. Der ist ja noch, wie sagt man, ein Functioning Alkoholik, ein funktionierender Alkoholiker. Der fliegt ja noch da seine Touren und arbeitet in den Minen und was weiß ich alles. Aber hier wird der dargestellt, als hätte der wirklich drei. Sein wahnsinniger Plan ist, du legst jetzt mal deinen Phaser da oben hin auf diese Sims und der soll volle Pulle auf das Teil feuern und ich, ich feuere mit einer niedrigen Frequenz auf das Ding und dann schaffen wir das irgendwie. Und Wesley sagt so, ja, der ist noch nicht so im Kommandomodus. Ja, meinst du denn, also sollen wir nicht erst nochmal scannen und keiner kann auch sagen, dass das mit dem niedrigen und dem höheren Phaser-Setting überhaupt einen Unterschied hier macht. Nee, Quatsch, wir machen das jetzt hier. Und ja, jetzt kommt dieser Moment, wo sich so die Dummheit durchsetzt und die Intelligenz ist zu schüchtern, um zu sagen, mach das mal nicht. Ah, okay. Und da musste ich auch schon gleich wieder an Trump und seine Wähler denken. Oder auch an Trump, der einfach Leute platt machen will, indem er irgendwelche Scheiße erzählt und dass man als Normaldenkender und vielleicht auch ein bisschen feinfühliger Mensch da sich ein bisschen schwer tut. Und ich weiß nicht, ob ich da nur aufgrund der Wahl von letzter Woche solche Parallelen jetzt sehe oder ob dieses Redneck-Ding da so drin angelegt wurde in diesem Trucker schon. Wie siehst du das? Ach Gott, Sebastian, wo soll ich bloß anfangen? Ja, weiß ich nicht. Ja, klar. Er ist so ein bisschen das Klischee. Du hast es ja gesagt, er wirkt wie ein Trucker. Ja. Sagt man ja so. Wirkt wie ein Trucker. Dass Trucker oder LKW-Fahrer oder was, sehr diverse Gruppe an Menschen ist, ja, die natürlich nicht alle diesem Klischee entsprechen und die teilweise auch anders denken oder auch da unterschiedliche Ansichten haben oder so weiter. Und genauso sind es ja auch die sogenannten Rednecks. Klar gibt es die sogenannten Rednecks nach einem, wie wir das kennen von einem Klischee. Ich persönlich glaube weniger, dass die Rednecks in Amerika, wenn wir jetzt über Amerika reden, dass die Rednecks in Amerika das Problem sind. Ich glaube, die religiöse Rechte in Amerika ist das Problem. Das ist das Problem in Amerika, denn da geht es eigentlich weniger um die Frage, wie die Politik gerade so ist. Da geht es um die Frage, Abtreibung ja oder Abtreibung nein. Und derjenige wird in diesen Gruppen gewählt, der sagt Abtreibung nein, Punkt. Alles andere ist egal. So, und deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wie ich diesen Gedankensprung jetzt gemacht habe und was auch überhaupt deine Frage war, ob da der Redneck ange... Ja, also da ist sicherlich so ein bisschen das Klischee von so einem etwas dümmlichen Trucker soll da wohl drin sein. Und das hat mir auch ein bisschen geärgert, wie der dargestellt wird. Das ist super ärgerlich, weil es total faszinierende, coole, nette, hochintelligente Menschen gibt, die hinter dem Steuer von LKWs sitzen. Es gibt auch Leute, die hören Dreck am Dienstag, die das machen. Und wir grüßen euch recht herzlich. Ich hoffe, ihr nehmt diese Episode von Star Trek The Next Generation nicht zum Anlass, dass ihr sagt, Was haben die denn in Amerika damals, 1990, über uns gedacht? So sieht's mal aus. Ja, das ist ja höchst empörend alles. Ja, aber vielleicht interpretieren wir da auch zu viel rein. Keine Ahnung. Vielleicht sollte Diego einfach... Wir brauchen halt so ein bisschen aggressiven, dämlichen, trinkenden... Der wird alles so wunderschön vermischt. Ja, okay, der ist Alkoholiker, ist irgendwie ein Arsch, ist so ein bisschen ein Antagonist und der ist auch noch total dumm und einfach eine ärgerliche Figur, so wie er angelegt ist. Anders kann man es nicht sagen. So. Ja, und jetzt wird der Plan ja in die Tat umgesetzt und da bekommt er dann ja eine Quittung für sein bisheriges Verhalten und Alter, ist das eine unverhältnismäßige Quittung, die der Mensch da bekommt. Simon, kannst du diese Ereignisse, die sich jetzt ja komplett überschlagen, irgendwie kohärent zusammenfassen? Ich finde das schwierig. Naja, also ich hab's ja schon gesagt, diesen Plan, den ich ohnehin nicht so richtig verstehe, der Wesley gibt ja dem nach dem Drängen von Dirgo, legt diesen Phaser da auf dieses Teil Ballett auf, auf dieses Ding, das macht dann der Dirgo auch gleichzeitig, schießt, es kommt wieder dieser Energieball angeflogen und dieser Energieball steuert direkt, dem ist dieser eine Phaser völlig egal, steuert direkt auf Dirgo zu und ja, dann hat sich's auch direkt ausgedirgoat. Dirgo, ja, der wird nämlich dann eingesponnen in so einen Silenium-Kokong. Ja, das war's. Der schreit auch noch. Achso, das ist nicht irgendwie so eine Sache, ja gut, der geht dann jetzt drüber und dann Dirgo goes gently into that good night. Nein. Der geht auch noch unter immensen Qualen und das ist wieder so eine Horrorszene, finde ich. Schon, ja. Wie man ihn dann auch in der nächsten Szene da mit schmerzaufgerissenen Augen da in diesem Glasklunker drinlegen sieht. Also manchmal denke ich, Aldi, Star Trek macht aber auch manchmal so richtig fiese Sachen, oder? Ja, finde ich super, dass die das ab und zu mal machen. Das lockert das alles ein bisschen auf und ich bin ja eh so ein alter Horrorfilm-Fan. Ich freue mich dann immer, wenn ich solche Szenen sehe, die auch so ein bisschen gruseliger sind und ein bisschen gemeiner auch. Auch das kann es manchmal so sein. Hat's den alten Trinker Dirgo zerlegt. Was jetzt natürlich umso schwieriger ist, finde ich, weil wir noch irgendwie 15 Minuten oder so in der Folge haben in etwa. Und sicherlich ist das Energiewesen auch noch ein Antagonist. Aber der tatsächliche Antagonist, mit dem man reden könnte, wo sich noch ein bisschen Drama draus ergeben könnte, der ist jetzt aus dem Spiel genommen. Der ist aus dem Spiel genommen. Ich muss noch mal kurz über die, ich meine, wir haben das jetzt schon erschöpfend berichtet, aber das ist schon eine sehr, sehr konservative Sicht, diese Folge. Du hast da den weisen Käpt'n, du hast den Jüngling, der in seine Fußstapfen treten soll und den dummen Leuten, in Klammernd Dirgo, mal sagt, was sie tun sollen. Kommando. Ich finde das schon. Und wehe, sie hören nicht. Und wehe, sie hören nicht, weil wenn sie nämlich nicht hören, dann sterben sie auf ganz üble Art und Weise. Also ich finde das schon, schon erwähnenswert, ja, in dieser Folge. Also wir wissen ja, dass Star Trek manchmal konservativer ist, als man so denkt. Ja, und nicht progressiv, sondern konservativer ist, als man so denkt. Und das ist für mich so ein Beispiel schon irgendwie, wie mit diesem Charakter von Dirgo umgegangen wird. Das ist so eine Struwelpeter-Logik, ja, die da hinter gelegt wird. Oder? Dirgo, guck in die Luft. Genau, ja. Ja. Wehe, wehe, wenn ich auf den Dirgo sehe. Genau, genau. Nee, das verwechsel ich jetzt mit Max und Moritz, oder? Das ist Max und Moritz. Wehe, wehe, Das ist Max und Moritz. Ja, Struwelpeter. Das waren dann die beiden Sachen, die man hatte, der Struwelpeter und Max und Moritz. Ja, ja, Ich fand Max und Moritz eigentlich immer ein bisschen besser, weil ich bin auch ein großer Wilhelm Busch-Fan. Übrigens, Wilhelm Busch war auch ein großer Trinker. Siehste? Fällt mir gerade ein. Merkt man aber auch total an diesen, meine Eltern hatten mal so ein Band, wo Max und Moritz als erste Geschichte drin war. Ja, das hatte ich auch. Und dann kamen noch ganz viele andere Sachen. Und wenn man das so als Kind weitergelesen hat, dachte man, krass, was ist denn da los? Das ist ja überhaupt keine Kindergeschichte. Da ging es halt um Ehebetrug und all sowas und irgendwelche Leute, die abends saufen waren und völlig behemmert nach Hause kamen und sonst irgendwas. Der Wilhelm Busch hat schon Faust, der Kind ja in den Augen gehabt. Ja. Kann man mal empfehlen. Also wenn ihr nur Max und Moritz kennt, dann lest mal die anderen Sachen von Wilhelm Busch. Das lohnt sich. Definitiv. Das lohnt sich. Und als Kind kapierst du, da verstehst du das überhaupt nicht. Dann denkst du, was ist das denn für komische Geschichten hier? Ich muss mal meine Eltern fragen, ob die das Ding noch irgendwo haben. Wahrscheinlich nicht mehr. Die haben sich auch nur gesagt, Wilhelm Busch kaufen wir dem Jungen. ein gutes Buch. Genau. Hans Huckebein, der Unglücksrabe. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja. Toll. Toll. Wunderbar. Ja. Ja, komm. Aber jetzt bin ich fertig mit Diego. Ja. Ja, Diego ist auch fertig mit uns, würde ich mal so sagen. Jetzt ist, wie gesagt, der Antagonist erst mal aus dem Weg geräumt und der macht jetzt Platz für die zwei großen Szenen, wo erst mal der Wesley dem Jean was zu sagen hat und dann der Jean dem Wesley. Genau. Es ist mittlerweile kalt geworden. Das kennen wir auch in der Wüste. Morgens tagsüber total warm, nachts total kalt. Auch hier in der Höhle ist das so. Wasser gibt es ja immer noch nicht. Der Wesley zieht den Phaser, bringt die Steine zum Glühen. Auch das haben wir schon mehrfach gesehen, dass man da so ein bisschen Feuerchen machen kann. Und jetzt gibt es diese, ja, der Käpt'n droht so ein bisschen zu entgleiten die ganze Zeit. Kann sich kaum bei Bewusstsein halten. Und Wesley hält ihn jetzt wach, indem er ihm so Geschichten erzählt. Jetzt kommt zum Beispiel dieser Hinweis auf die Folge, wo sie schon mal mit dem Shuttle unterwegs waren. Wisst schon, Kaffee, Gurkensandwiches und so. Ja, er versucht ihn einfach wach zu halten. Unterdessen macht der PK sich ja irgendwie Vorwürfe. Ja, ach, ich hätte dich nicht mitnehmen sollen. Ich hätte dich nicht fragen sollen, dass du jetzt hier mitfliegst. Das sind sehr, sehr un-PK-typische Vorwürfe, weil er eigentlich noch nie sich gesagt hat, oh, oder den nicht auf die Mission schicken dürfen. Das sieht er schon normalerweise professioneller. Aber da spielt ja jetzt dieses Vater-Sohn-Ding rein, wenn er nämlich sagt, das war egoistisch von mir. Ich habe dich nämlich hauptsächlich deswegen mitgenommen, weil ich dachte, sonst sehe ich dich nicht wieder, bevor du zur Akademie gehst. Wahnsinn. Wahnsinn. So eine emotionale Reaktion von Jean-Luc Picard ist man gar nicht gewohnt. Er ist hier sehr menschlich. Er ist hier sehr, ja, so Lück schon eher, ne, in unserer Logik. Aber Wesley nimmt ihm das ja nicht krumm. Er sagt, ich bin total glücklich, egal, was jetzt hier passiert ist. Ich habe Dinge erlebt hier an Bord der Enterprise, das haben andere ihr ganzes Leben nicht geschafft. Und ich habe vor allen mit dem Großen oder unter dem Großen Jean-Luc Picard gedient. Packt aber auch gleich seine emotionale Not, sein emotionales Defizit aus, das sicherlich auch daher rührt, dass sein Vater gestorben ist. Denn da fehlte ihm dann ja, sag ich mal, väterliche Zuneigung, väterlicher Stolz. Und das will er sich ja alles quasi vom Picard holen. Er sagt, all das, diese ganze Lernerei, meine Wissenschaftsprojekte, das habe ich alles nur gemacht, damit sie stolz auf mich sind. Auch eine verständliche Reaktion, aber auch psychologisch gar nicht mal so unschwierig, ehrlich gesagt. Ja, also es ist ein total Abhängigkeitsverhältnis im Grunde, zu Jean-Luc Picard. Er hat totale Fixierung auf Picard, weil Vaterin lebt nicht mehr. Also ist Picard irgendwie der Ersatzvater für ihn und er ist total fixiert darauf, ihn stolz zu machen. Ist im Ergebnis vielleicht gar nichts Schlechtes, weil Wesley hat jetzt irgendwie so einen klaren, naja, Sebastian, es ist ja, auch wenn sich das Leute manchmal nicht zugeben, es ist ja immer ein gutes Gefühl, wenn die alten Herrschaften stolz auf einen sind. Ja, ja, schon. Also das ist ja, ist ja nichts Schlechtes. Von daher, ja, Picard ist halt dieser Ersatzvater für ihn. Und das Wichtigste, was er gelernt hat, sagt er, ist, man darf niemals aufgeben, Jean-Luc. Niemals darf man aufgeben. Ich werde uns da rausholen. Du wirst nicht sterben. Ich werde dich nicht sterben lassen. Ich werde zum Wasser kommen. Ich verspreche es. Er nutzt jetzt das quasi, um sich selbst zu zu konditionieren, ja, auf gar keinen Fall hier aufzugeben. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich würde sagen, es ist einfach so kompliziert, wie ein Vater-Sohn-Verhältnis manchmal ist. Es hat seine guten Seiten, es hat aber auch seine schlechten Seiten sicherlich. Also da wird dieses Familien-Ding noch ein achtes und letztes Mal am Anfang dieser Staffel so richtig aufgegriffen und nochmal so richtig nach Hause getragen eigentlich und auch in all seiner Komplexität beleuchtet. Man muss ja auch sagen, so einfach die Müllfrachter-Geschichte war, so unübersichtlich kompliziert und menschlich messy emotional ist jetzt das, was sich zwischen den beiden ereignet. Realistisch aber auch und gut irgendwie. Ja, schon. Es ist natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, alles auch sehr direkt, wie die miteinander reden. Also die kommen sofort zum Punkt. Aber ja, vielleicht ist das jetzt so, weil ich meine, es gibt ja, es ist ja eine echte Möglichkeit, dass der Picarder jetzt da nicht mehr wegkommt von diesem Felsen. Und jetzt sind diese Barrieren, die vielleicht häufig dann verhindern, dass Menschen so ehrlich miteinander sprechen über ihre Gefühle, die sind ja jetzt weg in der Situation. Und Sebastian, manchmal ist es natürlich, fragt man sich so, warum, warum müssen wir es dann solche Situationen geben, dass man mal so ehrlich miteinander umgeht und sagt, was einen umtreibt. Warum kann man das nicht immer so machen? Und ja, ich weiß, die Frage ist naiv. Tja. Aber, weil wir Menschen halt auch einfach so sind. Ja, wir sind so, da bin ich auch selbst nicht frei von. Nee. Von daher. Wer ist das schon? Deswegen, ich sag schon, dass das wirklich realistisch ist, auch an der Stelle. Ich war noch nicht in so einer krassen Situation wie der Wesley, aber, dass ich solche Sachen ausgepackt habe, das habe ich nicht bei Kaffeekuchen gemacht. Nee. Sonntags nachmittags. Das waren emotionale Grenzsituationen. Wo man, ja, natürlich, klar. Die Schutzschilde sind unten, sozusagen hier, zwischen Wesley und Picard. Und dann, wenn wir in der nächsten Szene sind, ich glaube, damit ist die Szene auch eigentlich zu ändern, dass der Wesley sich nochmal so aufrafft. Dann ist es ja so, dass der Picard, der ist ja langsam jetzt schon, eher im Delirium, schon fast. Der singt auf Französisch vor sich hin, muss auch daran erinnert werden, dass er in einer Höhle ist und dass man vielleicht mal Wasser bräuchte und dass das mit dem Dörgo oder so war. Und an dieser Stelle kommt eine Deleted-Szene, wo ich dir ganz kurz mal zusammenfassen möchte. Gerne. Ein Monolog, den Picard da noch hält, als er noch so halb im Delirium ist und Wesley sieht. Und ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich mich gebissen, weil ich habe gedacht, warum hat er das denn nicht drin gelassen? Er sagt im Aufwachen, Wesley, für einen Moment sah ich das Gesicht deines Vaters und ich fühlte mich zurückversetzt an diesen schrecklichen Nachmittag, der alles änderte. Lange Zeit lang war das in meiner Erinnerung, dass das nachts passiert ist, aber das war dann noch, das war Nachmittag, denn manchmal passieren sinnlose Tode an hellen, freundlichen Nachmittagen, Wesley. Das ist dieser Monolog, den er da hält. Interessant, oder? Schon interessant, ja. Ja, ich weiß nicht, ob man diese Jack Crusher Geschichte, ob das nicht ein bisschen viel gewesen wäre an der Stelle, dass man den Leuten ein bisschen viel zugemutet hätte, weiß ich nicht. Aber geschah das jetzt nicht, ne? Es hätte, weil das auch so eine rätselhaft lyrische Äußerung von ihm ist, finde ich, hätte das diesen Nimbus des Jack Crusher noch ein bisschen mehr aufgeladen. Und das hätte dem ganz gut getan. Vielleicht nicht unbedingt der Folge, aber so dem übergreifenden Jack Crusher-Ark, dass der an einem hellen, freundlichen Nachmittag gestorben ist. Wahnsinn. Und dann irgendwann Sebastian Combraus, weil das ja alles Shakespeare irgendwie am Ende kommt raus. Eigentlich ist ja Picard der Vater von Wesley. Und deswegen ist er auch so stolz auf ihn, wie er gleich noch sagen wird. Und an diesem Wunder, es war dann, in Rückblicken wird das dann so erzählt, weißt du, wie so eine moderne Serie, so Rückblicke und irgendwas. An einem hellen Nachmittag, weißt du, die Lyrik komplett raus, sondern ist jetzt wörtlich, an einem helligen, herrlichen Nachmittag in New York auf so einem Hochhaus, weißt du, stößt Jean-Luc Jack Crusher vom Hochhaus, weil er an Beverly, weil er mit Beverly ein Kind gezeugt hat. Und seine Karriere an der Akademie wäre jetzt in Gefahr gewesen und so. Und dann hast du die Sons auf Star Trek Ich hab mich verrückterweise auch gerade an Sons of Anarchy erinnert gefühlt und das, obwohl ich noch nie eine Folge davon gesehen habe, aber das ist so erlernt, dass diese Serie das ist, das hat man einfach drin. Wie ist das auch, die Serie, die ist auch drin. Ja, guck mal. Nee, so, ach, ach, das Jean lügt doch nicht. Aber eine dunkle Seite hat er bestimmt auch. Von über die reden wir jetzt aber nicht. Hör mal, Wesley, es ist durchaus möglich, dass ich gleich draufgehe und ich muss dir, Wesley, quatscht weiter. Nee, nee, wir müssen hier was machen. Wesley, 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 hör doch mal, hör doch mal, hör doch mal kurz zu, bitte. Ich will dir eigentlich noch so viel sagen, ich will dir noch so viel verraten über die Akademie. Da gibt es nämlich jemanden, den du treffen solltest, Wesley. Und jetzt haut er etwas, A, sehr geiles und B, auch reichlich merkwürdiges raus, indem er sagt, du musst Boothby treffen. Du gehst zu dem hin und sagst dem, wir waren Freunde und der wird dir helfen. Du musst ihm immer gut zuhören. Das ist ein fantastischer, weiser Mann, ein unglaublicher Berater. Ja, was bringt er, was ist er denn, was ist er denn, was ist seine Professur? Der ist, nee, der ist der Landschaftsgerne da. Ach, Wesley. Ja, Wahnsinn. Ich muss so lachen, wie schön stimmbruchhaft, pubertär du den Wesley imitierst. Das ist ja fantastisch. Ihr Lieben, nehmt uns sicher, wir haben das lange, lange Zeit, die letzte Gelegenheit, dass wir den Wesley, dass wir da ein bisschen drauf hauen können. Wir machen es nur so aus Spaß. Wir mögen ihn ja eigentlich mehr, als ich das für möglich gehalten hätte. Also bevor wir hier angefangen haben mit TNG, dachte ich, das Wesley mich deutlich mehr nervt, als er es letztlich getan hat, aber finde ich trotzdem schön. Sebastian, Boothby, der Groundskeeper, wird gesagt, ja, der quasi der Typ, der sich um die Grönanlagen kümmert, gehen Sie mal aus den Grönanlagen raus. Der, hier Schuhverbot, ja genau, der sich darum kümmert. Das ist jetzt schon Picards zweiter seltsame, Geinen haben wir natürlich noch, Geinen, die in zehn vorne ist und auf den ersten Blick ja auch nur, in Anführungsstrichen, nur Barkeeper, aber auch weise und so, der Picard zieht solche Leute ja echt an. Ja, ich glaube, die hat er überall. Die hat er einfach überall. Das ist richtig. Der braucht so diese, das klingt jetzt auch wieder nach einem schrecklichen Klischee, er braucht diese magischen Leute des Volkes und der Erde, die ihn als Raumschiffkapitän umgeben. Stimmt, ja. In Wirklichkeit ist das so eine, das sind alles Engel, Sebastian, weißt du, die unter Menschen wandeln und irgendwann mal dann gehen Westen, das Land verlassen oder irgendwie sowas. Und nur so Leute, die so genial sind wie der Wesley und der Picard haben die Möglichkeit, die zu erkennen. Der Reisende, der Reisende ist auch einer von denen. Ist auch einer von denen. Stimmt, ja, genau. Boothby, der Reisende, Geinen. Geinen. Wenn ich jetzt lang genug nachdenken würde, würde mir bestimmt noch jemand einfallen, der dazu gehört. Glaube ich auch, ja. Vic Fontaine. Vic Fontaine. Ist auch einer von denen. Ist auch einer. Ja, ja, na gut. Aber du hast recht. Boothby, Boothby. Und Morn. Morn ist auch einer. Chef, Simon, Chef bei Enterprise. Richtig. Der nie gesehene Chef. Ja. Spannend. Ich sehe da, Sebastian, ich sehe da eine, irgendwas, irgendwas machen wir damit. Picard wird richtig emotional. Ach, Wesley, ich beneide dich. Ich wünschte, ich wäre du. Du bist nämlich noch am Anfang des Abenteuers. Also ja ein bisschen ein weinender alter Mann, der so ein bisschen sich die Jugend zurückwünscht, Sebastian. Oder was will er damit sagen? Ja, absolut. Der wünscht sich die Jugend zurück, liegt da sterbend in dieser Höhle. Wesley soll mal da hinten das Wasser holen, um den zu retten. Die haben auch ein bisschen viel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug geguckt, die beiden. Kann das sein? Stimmt, ne? Ja. Das ist richtig, ja. Ich war immer, Wesley sagt als Antwort nochmal darauf, ich war immer stolz auf dich, Wesley. Immer stolz auf dich. Genau, da ist es. Und das ist so der Mantel, der Macht, der dem Wesley jetzt übergestülpt wird, dadurch, dass diese Worte gesprochen werden. Und jetzt kann der Wesley nämlich zum Crusher gehen. Jetzt kann der Wesley, jetzt können wir es auch mal sagen, der Wesley geht zum Crusher. Crusher sagt, ich lasse dich jetzt hier zwar liegen, aber ich komme wieder. Ja, natürlich kommst du wieder. Jetzt ist die Folge auch noch fünf Minuten lang. Ist mir aufgefallen. Wir nähern uns dem Ende. Und jetzt geht Wesley auf den Brunnen zu. Also er will eigentlich die Höhle verlassen wahrscheinlich, irgendwie rausgehen oder so, gucken, ob es noch was anderes geht. Geht dann auf den Brunnen zu. Ah, Moment, Moment. Und dann hat er eine Idee. Dann sammelt er seine, seine ganze westliche, sein Intellekt, den ruft er jetzt ab, zieht den Felser, feuert auf den Brunnen, dann kommt der Ball wieder angeflogen und dann geht's rund. Ja. Und dann fliegt dieser Ball vor Wesley und der schafft es, durch hektisches Herumtippen auf dem Tricorder, den in Schach zu halten. Was auch immer er da gerade macht. Und schließlich entscheidet sich dann, dieses Energiegeistwesen doch auf den Wesley zuzufliegen. Aber es fliegt ohne Schaden anzurichten durch ihn durch in die Kristallvase um den Springbrunnen und der löst sich dann in so einer triumphalen Musik auf. So wie so ein Schatz aus Tausend und einer Nacht wird er dann da freigelegt in dieser Höhle. Genau. Zack. Der Brunnen ist jetzt nutzbar und Wesley holt sich auch gleich so einen Bottich, der da steht und füllt Wasser ab und flößt es dann dem Picard ein. Auch hier so ein bisschen diese Erinnerung an den letzten Kreuzzug. Klar, wie der alte Henry Jones. Sean Connery übrigens. Muss man nochmal erwähnen. Sean Connery. Fantastisch einfach nur Sean Connery. Wie er dann da liegt und das Wasser dann trinkt und ja, geht ihm auch gleich ein bisschen besser, dem Picard. Ach, Wesley, Mensch. Nee, sagt er gar nichts. Der guckt einfach ein bisschen dankbar und nach all den Strapazen kann sich jetzt auch Wesley mal eine Mütze Schlaf nehmen und wird von einer vertrauten Stimme aufgeweckt. Wesley, Wesley, Wesley. Es ist Beverly. Beverly weckt ihn. Mama weckt den Jungen auf und da sind sie alle. Da stehen sie. Die ganze Bagage. Worf sehen wir da stehen. Lafort stehen wir. Haben sie also gefunden und haben sie gerettet. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit noch vergangen ist, aber wahrscheinlich hat das nicht mehr lang gedauert. Nee, glaube ich auch nicht. Das war so ein Nickerchen von anderthalb Stunden, würde ich mal so schätzen. Einfach. Ja, genau. Sind dann dahin marschiert und der Käpt'n, na ja, wir wissen ja, der ist ein bisschen angeschlagen, aber er ist ja jetzt zum Glück auch auf dem Weg der Besserung und auch schon so, dass er wieder kleine Scherze machen kann, während er da auf einer Trage liegt und rausgeholt wird. Ja, macht er da einen Scherz? Sagt er nicht einfach nur, Wesley, wir werden dich vermissen? Nee, er sagt, sagen Sie mal, Ensign Crusher, was machen Sie denn in so einer schmutzigen Uniform hier? Ja, Sie sehen ja auch nicht so toll aus. Ja, richtig. Wesley, wir werden dich vermissen. Ha, ha, ha. War nur ein Scherz. Ach so. Ho, ho, ho. So ein Altherrenwitz, wo man so ein bisschen peinlich berührt. Das ist auch Witze, die ich leider auch immer öfter mache, wo ich mir dann denke, Alter, was geht es denn da für ein Scheiß? Und damit endet The Final Mission. Nee, nicht The Final Mission heißt es einfach nur. Vergiss das, The Final Mission endet damit, Sebastian. Händchenhaltend ist noch ganz wichtig. Also Picard wird rausgetragen, Wesley steht neben ihm und er lässt seine Hand nicht los. Also dieses Band zwischen den beiden, auch wenn jetzt Abschied, ist das untrennbar. Mit dem Bild gehen wir sogar in den Abspann rein. Genau, ja. Also die haben sich jetzt wirklich, ja, haben wirklich sich erkannt, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh Gott, erkannt. Nee, er nicht. Offenbart, sie haben ihre Gefühle geteilt miteinander und das vertieft so eine Beziehung der beiden natürlich unheimlich und ist auch jetzt erstmal das Ende des Wesley-Arcs. Also wir werden ihn bald wieder treffen. Allzu lange dauert es nicht. Wir werden auch sehen, dass der Wesley auch durchaus noch schön Mist bauen kann. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Ja. Und ich erzähle dir jetzt mal, was ich von der Folge halte, Simon. Ja, komm, hau raus. Ja, da kommen für mich drei Ingredienzien, die da reinfallen. Zutat 1 ist die Handlung mit dem Müllfrachter. Da sehen wir einfach nur die Crew mal bei der Arbeit. Bei der sehr, sehr kompetenten Arbeit. Das halte ich auch für realistisch und gut, dass wir das mal sehen. Aber es ist auch, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, etwas belanglos. Das ist das Erste. Das Zweite ist diese Konfrontation mit dem Durgo, der so ein Verschlagener und auch so ein bisschen dummer ist. Und man weiß gar nicht so recht, was will uns das eigentlich sagen? Sollen da die arbeitende Bevölkerung vielleicht so ein bisschen hochnäsig niedergemacht werden von Star Trek The Next Generation? Es schmeckt ein bisschen seltsam an der Stelle einfach. Da bin ich auch so ein bisschen unausgegoren mit, ehrlich gesagt. Und das Dritte ist, dass wir uns in zwei Szenen, denn mehr sind es eigentlich nicht, oder wenn wir am Ende das Händchen halten, nochmal mitzellst, in drei Szenen nochmal ganz tief auf die Beziehung, auf die Vater-Sohn-Beziehung Picard-Wesley konzentrieren. Und das ist interessanterweise so menschlich vielschichtig geschrieben und für mich auch ein würdiger, vorläufiger Abschluss der Wesley-Geschichte. Ist auch interessanterweise ambivalent teilweise und sehr, sehr tief emotional. Das ist gegen die anderen Teile der Folge, wo ich sagen muss, naja, so ein bisschen sehr positiv dagegen anarbeitet, auch wenn es nur zweieinhalb Szenen eigentlich sind. Dann gefällt mir dieses total unrealistische Setting von Tausend und einer Nacht mit diesem Springbrunnen im Las Vegas Hotel gefällt mir trotzdem irgendwie gut. Das hat so was märchenhaft Alibaba-mäßiges, ja. Das macht mir Spaß trotzdem, wenn ich das sehe und wenn ich das alles gemeinsam in eine Waagschale werfe und es ist schwierig, das miteinander zu vereinen, weil es teilweise ein bisschen inhomogen ist, die einzelnen Bestandteile dieser Folge, dann komme ich trotzdem mit ganz guter Laune heute aus der Folge raus und sage, ja, okay, ich gebe den Daumen nach oben, aber auch nicht uneingeschränkt, sondern der zuckt so ein bisschen in die Mitte, aber das kann man schon mal machen. Das ist ein guter Abschied für einen Charakter. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr nachvollziehbar, was du alles gesagt hast. Naja, Sebastian, also meine Meinung ist ja wie feucht. Diese ganze Folge ist im Grunde konstruiert worden, damit wir diese Unterhaltung haben zwischen Wesley und Picard. Und diese Unterhaltung ist auch das Herz der Episode und diese Unterhaltung finde ich auch sehr, sehr gut und realistisch, wie du es schon gesagt hast. Also wir haben hier die beiden Charaktere in eine missliche Lage gebracht, die dann ja die emotionalen Schleusen geöffnet hat. Und jetzt müssen wir mal ehrlich zueinander sein, weil vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir miteinander reden. Das ist alles sehr, sehr nachvollziehbar. Ich hätte mir doch nur gewünscht, wenn das drumherum, wie sie halt in diese Lage gebracht haben, wenn das ein bisschen besser gewesen wäre. Die Story mit dem abgeschürzten Shuttle, ja gut, okay, wir sind da jetzt in so einen Wüsten, den kann man machen. Warum nicht? Es gäbe sicherlich ein interessanteres Setting dafür. Diesen Dirgo-Charakter, der sich wirklich extrem dumm verhält und das nur, damit wir diese Szene haben am Ende, wo die beiden dann alleine sind. Das ist, irgendwie passt es manchmal zu Wesley. Irgendwie passt das ja auch zu Wesley, muss man sagen, weil wir haben oft in der ersten Staffel, als Wesley noch voll dieses Genius-Child war und öfter mal tatsächlich diese tollen Ideen hatte in den ersten paar Folgen, da hat man ja auch alles um ihn herum ein bisschen dümmer gemacht als ihn. Deswegen ist das in guter Tradition. Ja und das, ich habe mich vorhin so ein bisschen über Dirgo aufgeregt, aber gut, das ist natürlich jetzt auch wirklich, na obwohl, ich nehme die Kritik nicht zurück, die ich in dem gerade geäußert habe. Und deswegen ist das auch tatsächlich, ist es so, dass diese Szenen zwischen Picard und Wesley die Folge retten für mich und sehenswert machen. So, subtrahiert man das, sehe ich da nicht so viel Gutes. Auch diese Umweltstory mit dem Schiff ist halt, naja, okay, wir haben es mal in die Sonne gesteuert. Why not? Und deswegen bin ich ein bisschen strenger als du heute und sage, das ist eine gute, ist gut der Durchschnitt, was wir hier sehen. Da gibt es ein paar Sachen, die ich nicht toll finde und ein paar Sachen, die ich richtig gut finde und deswegen ist das für mich eine durchschnittliche Folge, wobei mir aber der Daumen so ein bisschen auch nach oben zuckt, weil es ja doch eine wichtige Sache ist für Wesley, aber nee, eigentlich zuckt er auch nicht, stimmt auch nicht, er zeigt genau, genau in die Mitte. sehr schön. Reden wir doch noch mal kurz über Will Wheaton, der gehen wollte, überhaupt nicht erfüllt sah. Er war in den meisten Folgen tatsächlich ja auch nur jemand, der zwei, drei Sätze sagte wie I, Captain oder ja, ich lege den Kurs hier ein oder so machen wir das und irgendwann einmal war er von seiner sehr jugendlichen Unzufriedenheit da ergriffen und ist dann in einer Kurzschlussreaktion gegangen, hat dann da gekündigt, hat das auch über Jahrzehnte lang, wie er in seinen Büchern dann auch teilweise schmerzhaft verarbeitet hat, total bereut, weil er sagt, so einen Beruf gibt man eigentlich oder so eine Anstellung gibt man in Hollywood einfach nicht aus und ich war ein dummer junger Mann, der einfach auch ein bisschen zu hochmütig war und mehr wollte, als ich irgendwie zustand an dem Moment und ich habe ach so lange gebraucht und bin zu tausenden Auditions gerannt und wurde nie genommen und ich war echt komplett abgemeldet in Hollywood und was für ein Scheiß und das hat echt ihn auf eine sehr lange Reise geschickt, diese Entscheidung und ich finde seine Bücher einigermaßen interessant, ich finde das kann man mal lesen, das kann man mal machen und es macht auch das nochmal so dreidimensional, was da mit Wesley passiert ist. Simon, wie nimmst du diese Entscheidung wahr? da die Brocken hinzuschmeißen? Also ein bisschen kann man ja an Denise Crosby denken, also da sind ja durchaus auch Parallelen, eine Denise Crosby, die gesagt hat, hier nee, ich habe keine Lust mehr, tschüss, werde hier nicht genug eingesetzt und hoffe, dass ich jetzt mal eine große Filmkarriere habe, war ja auch bei ihr eine Fehleinschätzung, muss man einfach so sagen, das ist in Will Wheatons Fall aber meiner Meinung nach nachvollziehbarer als in Denise Crosbys Fall. Einerseits, du hast es gesagt, Will Wheaton war sehr jung, Will Wheaton hat vor Star Trek ja auch schon durchaus Filmerfolge gefeiert, Stand By Me ist ja so ein Beispiel eigentlich, wo er einem breiteren Publikum bekannt wurde und er ist auch ein sehr fähiger Schauspieler, das muss man auch mal sagen, also Will Wheaton hat die Rolle des Westry Crusher, das haben wir heute auch gesehen, sehr, sehr gut gespielt, da gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden und ich nehme an, dass er sich in seinem jugendlichen Leichtsinn einfach auch mehr erhofft hat, es war halt auch klar, es gab andere Jugendstars, sag ich mal, vom Format von einem, wie heißt der Typ, der voll am Rad dreht, Johnny Depp beispielsweise, der auch in irgendeiner Show angefangen hat und dann so eine Komödenkarriere hingelegt hat und vielleicht hat sich das auch erträumt, ja, und man kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil wir haben von Wesley echt nicht mehr viel gesehen, die letzten Folgen, lange Zeit und deswegen war es auch künstlerisch nicht erfüllend für ihn und deswegen macht sein Entschluss schon Sinn, ich bin jung, ich will mich hier ausprobieren, er hätte es lieber so machen sollen wie Robert Pattinson, dabei bleiben, die Scheiße einfach mitmachen, ja, wie diese Vampir-Kirmes-Filme da und Werwolf und was weiß ich alles und dann sagen, so, jetzt suche ich mir die Rollen aus, ja, jetzt mache ich richtig geile, coole Sachen, das ist so ein Robert Pattinson quasi, was Pattinson jetzt macht, aber gut, er hat sich halt anders entschieden, ja, aber ich glaube, so im Nachhinein bereut er es nicht mehr, wenn man hört, wozu ihn das geführt hat und dass er dann auch, ne, jetzt Familienvatter ist und was nicht alle und auch seine diversen Online-Projekte ja mit großem Erfolg durchzieht. Richtig, genau, also er hat da durchaus Erfüllung gefunden und viele Leute lieben Will Wheaton, ja, ich weiß noch, es gab immer diese Zeit so, das ist auch schon viele Jahre her, wo so das Internet mehr in unserem Leben hat, da hieß es immer so, da war man immer noch in diesem bisschen, Herr Wesley Crusher, ne, der hat uns immer so ein bisschen genervt, aber Will Wheaton ist cool, ja, ne, Will Wheaton ist cool und das hat ihm, glaube ich, auch geholfen. Ja, Mensch, schön, wir werden ihn ja demnächst wiedersehen, ich glaube, in The Game sehen wir ihn wieder, eine hochinteressante Folge, aber The Game ist nicht das, was nächste Woche auf dem Speiseplan steht, Simon, was gucken wir uns an, Simon, was war die erste Star Trek The Next Generation Folge, die bei Sat.1 ihre Erstausstrahlung fand? Ich drehe es mal um. Das kosmische Band. Oh. Und zu Englisch? The Loss. Ja, eine Kounseler-Folge. Freue ich mich drauf. Endlich hat Diana mal wieder ein bisschen was zu tun. Mal schauen, ob das Ganze auch gut wird, werden wir ergründen. Werde ich ergründen. Gemeinsam mit dir. Und da freue ich mich am meisten drauf, Sebastian. Dann können wir wieder schön über eine Folge reden. Toll. Au ja. Und schön über diese Folge reden, das könnt ihr jetzt, indem ihr auf trekabdienstag.de unser Blog ansteuert und uns mal verratet, was haltet ihr eigentlich von Final Mission von Wesleys letzter Mission. Ihr könnt auch nach wie vor natürlich immer noch uns gerne unterstützen, wenn ihr unsere Arbeit schätzt und wenn ihr uns dafür etwas zukommen möchtet, geht ihr auf trekabdienstag.de slash unterstützen. Dafür danken wir allen Leuten, die das jetzt schon tun und allen Leuten, die das demnächst machen möchten, danken wir jetzt schon im Voraus dafür. Noch eine Ergänzung dazu, wir danken euch auch in aller Öffentlichkeit, wenn ihr das möchtet. Das müssen wir auch nochmal erwähnen. Jetzt, wenn ihr das hört, da gibt es sie schon, die Hall of Fame. Wir haben es versprochen, auf unserer Homepage findet ihr die auch auf der Unterstützerseite. Es gibt auch einen Link da noch dazu im Menü und alle, die das wollen von euch, alle Supporter, die das wollen und uns eine E-Mail schreiben und sagen, ich will das und ihr könnt mich da gerne nennen und ihr könnt mich auch unter diesem Nickname nennen oder unter meinem Realnamen, ganz egal, könnt ihr es aussuchen. Schreibt uns bitte eine E-Mail an hallo at trek am dienstag.de sagt kurz, wer ihr seid, wo ihr uns was zukommen habt lassen, damit wir das verifizieren können und dann packen wir euch da drauf. Und das ist so, wir machen das aber wirklich nur auf Wunsch. Ja, also ihr kommt da nicht automatisch drauf, wenn ihr uns unterstützt. Allein schon aus Datenschutzgründen würden wir das niemals machen und es gibt ja auch viele, die das einfach auch nicht möchten. Aber die, die es möchten, gerne, wir möchten euch gerne öffentlich Danke sagen. Bitte schreibt uns, wie gesagt, eine E-Mail. Jawohl, das könnt ihr gerne machen. Wir freuen uns darauf, dass da eine schöne Hall of Fame wächst und noch ein anderer Teil der Community dort an der Stelle gedeiht. Den Rest kennt ihr, wir machen es diese Woche nicht so lang. Bewertet uns gerne bei den Portalen, wo man uns bewerten kann. Folgt uns bei den sozialen Medien. Lasst uns da gerne mal einen Like da oder teilt uns auch mit euren Freunden, die uns vielleicht noch nicht kennen. Empfehlt uns weiter und schaltet vor allen Dingen nächste Woche wieder ein. wenn es heißt Trek am Dienstag. Simon, vielen Dank und Tschüssi. Sebastian, tschau tschau. Eine Trek am Dienstag 2020 Produktion. Das war die mitnehmen, fünf, 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 w Vielen Dank.